Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Auch in dieser Woche ist es wieder an der Zeit, sich der aktuellen Folge House of the Dragon zu widmen. Folge 7 hat nicht nur mich teilweise auf Gefühlsachterbahnen mitgenommen, sondern auch hoffentlich meine beiden anderen Ratsmitglieden genügend Gesprächsstoff hinterlassen. Hallo Rings of Power-Beauftragter und Sea Snake-Enthusiaste Dom! Valado Heres, auch im Lichte der 7! Und zum ersten Mal hier im Recap dabei, Drachenei-Beschützerin und Binge-Fachfrau Theresia, hi! Hallöchen! Ich bin Baun und wie immer der, der durch das Recap führt und damit fange ich auch gleich an, ohne große Umschweife. Theresia, wie du bisher zu House of the Dragon stehst, das wird sich sicherlich auch hin und wieder mal zeigen. Driftmark heißt die 7. Folge und dürfte nicht nur bei mir freudige Assoziationen geweckt haben, nicht wahr, Dom? Ja, so darf auch gern das Spin-Off heißen. Ich wollte gerade sagen, hast du gedacht, das ist die Pilotfolge von The Sea Snake? Ja, vielleicht so ein bisschen so wie bei das Book von Boba Fett, wo man mittendrin plötzlich dann doch die dritte Staffel der Mutterserie hat. Und hier, also wenn Miguel Sapochnik sich jetzt für das Spin-Off hiervon verabschiedet hat, das soll mir recht sein. Also das ist ja hier die, das muss man ja hier hervorheben, das ist die vorerst letzte Folge, die er sowohl als, also hauptsächlich als Regisseur betreut, als Showrunner wird er ja auch gehen, so als Executive Producer wird er wohl noch an Bord sein. Ich habe jetzt schon kurz gedacht, dass du mir jetzt diese Folge, von der ich über weite Teilen sehr angetan war, jetzt mit hier mit Boba Fett kaputt machst, aber du hast noch gut die Kurve bekommen, danke. Wir beginnen auch genau dort, nämlich auf Driftmark. Um genau zu sein, sind wir die ganze Folge da und das ist aus meiner Sicht genau das, was die Serie mal gebraucht hat, mal auf die Bremse treten, wirklich komplett, nicht so viele springen auch zwischen den Orten und zwischen der Zeit und die Folge spielt ja zum Großteil auch innerhalb eines Tages, innerhalb einer Nacht und das tut der Serie so, so gut. Warum befinden wir uns in Driftmark? Anschließend an letzter Episode findet dort eine Beerdigung statt und zwar die Beerdigung von Laina Valerian. Wir sehen ganz, ganz viele Leute, die sich dort versammelt haben, unter anderem auch Lord Corlys und Reynus, die wir letzte Folge ja gar nicht gesehen haben. Viserys und die ganze Königsfamilie ist da ebenso, Otto Hightower und Alicent und Otto, der da ganz verstohlen auf sein Handabzeichen schaut, denn ja, natürlich, er ist wieder die Hand des Königs, nachdem Hauskraft letzte Folge, ja, verschieden ist. Alle sind niedergeschlagen, die, es ist ein wunderschönes Theme, was da hinten, was da anklingt und was auch sich durch die nächsten, also was sich eigentlich diese ganze Trauerfeier lang immer wieder zieht und auch selten absetzt. Das fand ich erst mal sehr bemerkenswert. Alle sind, wie gesagt, sehr traurig, sehr niedergeschlagen. Ja, außer Daemon, aus dem es plötzlich herausbricht, der sich ein Lachen, ein Gefühlsausbruch, ein Kleinen nicht verkneifen kann. Und auch Aegon, der steht so ein bisschen am Rand und denkt sich, boah, wann ist das hier alles zu Ende? Ja, ja, der gähnt einmal so wirklich sehr auffällig, ne? Wir sehen, im Hintergrund wird quasi die Rede gehalten. Es hat mich ein bisschen an, eigentlich an so eine Taufe von den Graufreuds erinnert. Es hat bloß noch so gefehlt, was Totes kann niemals sterben oder, weißt du, sowas. Ja, ja, ja. Du hast ja die Verbindung mit dem Wasser. Ja, wo Euron in Staffel sieben oder acht gekrönt wurde. Da gab es ja eine ähnliche Montage, wo er dann aber wieder zum Leben erweckt ist. Ja, ja, das ist ja so die Marotte auf den Eiseninseln, ne? Dass die glauben ja an den ertrunkenen Gott und um zum König gekrönt zu werden, muss man erst ertrunken werden von den eigenen Männern und dann sozusagen wieder vom Tode auferstehen. Das ist eine sehr grausame Tradition, die natürlich wunderbar zu den Eisenmännern passt. Hier ist es auch, ja, ähnlich, also irgendwo ist es ja schlüssig, dass die Velaryons auch sehr Meer-Ozean verbunden sind und derjenige, ich glaube, Lena war seine Nichte. Wir haben den, ich weiß nicht, haben wir den schon mal gesehen? Ich glaube, in Folge 3 vielleicht mal irgendwie im Ansatz. Ähm, der hält jedenfalls so eine Art Trauerrede, äh, auf sie auf Valyrisch und erzählt dann einen von wegen, ja, sie geht jetzt über in das Reich des Meerlingskönigs, also sehr ähnlich zum ertrunkenen Gott und dann wird dieser steinerne Sarg, der eigentlich fast schon eher ein Sarkophag ist, äh, mit Seilen ins, ins Wasser befördern. Ich muss sagen, das ist schon eine sehr tolle atmosphärische Szene. Also generell in die, die Atmosphäre in dieser Folge, also wer schon mal auf einer Beerdigung war und ich war in den letzten Jahren auf einigen, leider, der wird das wirklich nachempfinden können, was hier für eine Stimmung ist. Es wird gar nicht viel geredet, es werden sehr, sehr viele Blicke ausgetauscht, die umso viel sagen, das sind als tausend Worte, das könnten. Und nee, äh, ganz toller Einstieg. Ich muss allerdings sagen, als, äh, also in der, in der Vorschau hatte man ja gesehen, dass sowas wahrscheinlich kommt und ich muss, äh, zugeben, also ich, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber hattet ihr nicht vielleicht gedacht, dass es eher wie Seras Beerdigung ist, die wir jetzt hier sehen? Äh, nee, ich hatte, also es gedacht, es muss einer von denen von letzter Woche sein, weil das, das würde viel, äh, das schließt sich da viel besser an. Ich find's allgemein erstmal toll, dass man tatsächlich dieser Figur Lena Velaryon, auch wenn man sie, wie gesagt, wir haben ja letzte Folge gesagt, dass wir uns auch durchaus noch mehr von ihr hätten vorstellen können, aber dass man sie jetzt so, äh, verabschiedet, das hatte ja nochmal was Gebührendes, umso schöner finde ich da den Übergang von dem Sarg, der da im Meer versinkt, zu den Drachen, die am Himmel kreisen, als würde, äh, Lena noch eine letzte Runde auf ihn drehen, aber Theresia, wie fandest du, äh, diesen sehr stimmungsvollen Einstieg in die Folge? Ihr habt schon sehr vieles gehabt, wo ich euch zustimmen kann, also das war, generell fand ich die Folge sehr stark, ich glaub, ich hab schon damit gerechnet, dass es die Beerdigung von, von, von Lena ist, weil nachdem, ähm, der König ja dann nach den zehn Jahren noch gelebt hat, was mich sehr überraschend in Folge sechs noch dabei gewesen ist, hab ich jetzt, äh, und er lebt hier überall, und ich sag mal so, genau, lebt in der Alte wie sie, ich denk, ja, ich denk, ich muss ein anderes Lied denken, und zwar I'm Still Standing, ich, 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 immer wenn ich diesen Lied, ich denk mir, ach Mensch, ja. Ja, und nee, die Stimmung war halt, ähm, schon sehr, sehr traurig, weil es gibt ja dann quasi auch noch die, ähm, Kraft zu betrauern, ähm, wo ja quasi die Kinder von Rhaenyra, Rhaenyra ja ihren Vater betrauen, wo sie aber nicht öffentlich, öffentlich tun dürfen, was ich sehr hart finde, ähm, und da fand ich dann auch diese Szene sehr stark, wo eben, ähm, glaub ich, der älteste Sohn war, glaub ich, der dann zu seinen Cousinen gegangen ist, und wo dann eine der Töchter von, von Lena ihm dann die Hand gereicht hat, so in der Art, ich weiß, dass auch dein Vater gestorben ist. Ja, das ist interessant, also auf jeden Fall erst mal diesen Kontrast zu sehen, weil die Krafts, die werden vollkommen ausgeblendet, die werden, also Rhaenyra unterdrückt das ja auch, dass darüber richtig gesprochen wird. Ähm, könnte ich noch kurz was ergänzen, äh, ihr hattet ja schon gemeint, dass, äh, Damon an einer Stelle sich das Lachen nicht verkneifen kann, und das ist ja wirklich auf einer Beerdigung, ist das ja, äh, der Frevel schlechthin, vor allem das ist seine verstorbene Frau. Und, äh, was interessant ist in dieser, äh, Rede auf hochvalyrisch von, äh, demjenigen Verwandten, da zieht sich auch schon, oder da kommt auf jeden Fall schon ein, ein, äh, Thema zum Tragen, was sich durch die ganze Folge ziehen wird, nämlich Blut, beziehungsweise Blut ist dicker als Wasser, also es wird dann nämlich über sie gesagt, dass das Salz, äh, durch die Adern der Velaryons fließt, also, also das, das Blut, und das Blut ist dick und darf niemals dünn werden. Und das ist ja irgendwie dann auch schon ein gewisse, äh, äh, gewisses Forboding für das, was wir dann am Ende der Folge sehen, also Blut ist ja generell ein sehr zentrales Motiv dieses Mal. Ja, definitiv. So, dann tauchen wir jetzt mal ein Stückchen tiefer noch in die Trauergesellschaft ein, die sich da versammelt hat. Mhm. Wie gesagt, also es gibt, ich hab's wirklich versucht, so alles, alles nacheinander, aber es passiert auch so viel, weil die Kamera auch immer so, in Anführungszeichen, weitergereicht wird, so, es begegnen sich Blicke und dann bleibt die Kamera oder die Perspektive des Publikums bleibt dann an der Figur haften, dann wird die Perspektive wieder weitergegeben, wir sind Rhaenyra, die Daemon entdeckt, die sich ja auch sehr lange nicht mehr gesehen haben, das haben wir auch schon letzte Woche, wo wir auf das Treffen zwischen denen gespannt waren und das kommt ja nachher auch noch. Ähm, und dann gibt's kurz diesen kleinen Dialog, äh, wo der älteste Sohn, also Jay Ceres, äh, zu seiner, zu seiner Mutter sagt, ja, ich habe eigentlich auch zu trauern und ich würde das auch gerne nämlich um die, um die, um die Krafts und, ach, da werden Da steht ihnen nicht zu, weil die Krafts, Entschuldigung, die, die Krafts sind ja, also Strongs, äh, sind, äh, ja keine direkten Verwandten und die Velaryons schon und deshalb ziemt sich das nicht in den Augen von, äh, Mutter Rhaenyra. Äh, man muss sagen, also ich weiß nicht, äh, Theresia, äh, du bist ja jetzt auch erst im Nachhinein so in die Folge eingestiegen und es sind ja wirklich viele Figuren und wir haben hier wirklich so viele an einem Ort wie noch nie. Hattest du da Probleme? Es ist halt eine große Familie, ne, das ist klar, dann hast du alle auf einem Haufen und jeder hat irgendwelche Gefühle und Gedanken und Blicke und Verbindungen zu den anderen. Ja, ja. Da ist einiges los. Aber es ist schon gut, dass, äh, also ich muss sagen, den Rahmen, in dem sie das hier packen, eine Beerdigung, äh, das ist, äh, sehr, sehr gut gewählt, finde ich. Weil, äh, bei einer Beerdigung tauchen ja auch gerne mal Verwandte auf, die man wirklich schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat oder die man eventuell noch gar nicht kannte und so weiter, äh, das, das kommt hier sehr, sehr schön rüber, also schön in Anführungsstrichen. Ja, aber du hast zwar dann auch sehr viele Leute da, äh, mit denen du jetzt vielleicht, denen du nicht begegnen willst. Genau, richtig. Kann natürlich auch passieren. Richtig. Trifft Marc als dieser Melting Pot, als wirklich dieser, als dieser, ah, als dieser Eskalationsherd, als dieser Kessel, fand ich auch super. Und wirklich, also, und das, die, die erste Zeit dieser Episode entwickelt sich das so, dass ich sage, boah, ich sehe hier wahrscheinlich gerade die beste Folge bis zu dem Zeitpunkt aus dieser Serie. Weil ich fand dieses Setting und all das und dadurch, dass es eben innerhalb weniger Stunden oder innerhalb dieses überschaubaren Zeitrahmens spielt, das gibt dieser Entwicklung und all dem Kraft, dass ich da wirklich sage, oh, schön. Also, ich habe die wirklich in den, äh, ich habe die Folge lange Zeit wirklich genossen. Äh, sie, man, man könnte so weit gehen und sagen, sie schaffen eigentlich hier das, was in der dritten Folge der Jagd nicht ganz so gelungen war, ne? Mhm, weil es halt die Jagd auch nur so ein, so ein Ausschnitt. Und ja, das, das war halt eher so ein, so ein bisschen so ein Vehikel. Das hier hat natürlich auch irgendwie eine emotionale Fallhöhle, weil, äh, Höhle, genau. Höhe, äh, weil wir, Fallhöhe, weil wir ja Lena, äh, haben sterben sehen und, äh, die wenige Zeit, die ihr vergönnt war in dieser Serie, äh, äh, haben wir sie ja trotzdem irgendwo kennengelernt und wir, wir wissen halt auch, was die anderen bedeutet hat. Also, das wird hier vor allem auch nochmal hervorgehoben dann in einer Szene, wo man sieht, dass sich hier, ähm, Laenor, also ihr Bruder und, äh, Rhaenyras, äh, Rhaenyras Ehemann, dass der sich, äh, irgendwie abgesondert hat, am Strand steht und irgendwie auf seine eigene Weise trauert, ne? Ja, ja, und, also, ich hätte nicht gedacht, natürlich steckt jetzt hinter den Charakteren auch mehr Entwicklung und ich hätte auch von einer Folge, die Driftmark heißt, äh, nicht gedacht, dass es tatsächlich dann sich so zuspitzen kann, wie es jetzt in dieser Folge, also da muss ich auch wieder sagen, so vielleicht die Episoden mit den, ja, mit den, mit dem am wenigsten bedeutungsschwangeren Titeln, sag ich mal so, also ich erinnere da an Game of Thrones, an das Tor oder vielleicht auch an der letzten Staffel, die Glocken, also immer wenn es so ist, dann steckt da doch schon ganz schön viel dahinter und was hier darauf kommen wir noch zu sprechen, es gibt wahnsinnig viel dort auf der Trauer, äh, bei der Trauergesellschaft, deswegen, wir picken uns jetzt mal, es muss auch vielleicht nicht chronologisch sein, äh, Therese hat ja auch schon was angesprochen, ich bleib mal kurz bei den Kindern von Alicent und Viserys, die stehen da nämlich am Rand, Aemond und Aegon und die beobachten beide ihre Schwester, die wir ja auch letzte Folge, genau, Helena, die wir letzte Folge ja auch schon gesehen haben, die letzte Folge schon ein bisschen, äh, wirres Zeug geredet hat, beziehungsweise der ja auch mit so einer, mit so einem Wesen oder mit einem Tier, einer Raupe oder was auch immer gespielt hat und jetzt, ich glaube es war ein Tausendfüßler oder so, ja, ja, irgendwie sowas. Diesmal war es ein, diesmal war es ein Weberknecht oder so, genau, diesmal war es sowas, na, was Spinnenartiges, ja. Ich muss nur eine Spinne, ja. Und sie, sie, sie redet auch wieder, ich hab gar nicht, äh, ganz verstanden, sie hat irgendwie Hand am Webstuhl, also irgendwie sowas und die, die Brüder, die, die beobachten sie dabei und, ja, Aegon, der sich, ich weiß nicht schon, das wievielte Glas Wein oder was auch immer da genehmigt, der ist wieder ein bisschen am Lästern und, äh, ja, diese, die sind, kleine Szene, ich weiß, ja, Dom? Was ich noch ergänzen kann, äh, also die, die Szene mit Aemond und Aegon ist auch wieder interessant im Hinblick auf, äh, Blutreinheit und Erbfolge, weil, also die, also die, die stehen da ja beide wirklich schon angeekelt, ich meine, sie sind immer in ihrer Schwester von wegen, ja, wir, wir haben ja nichts mit der gemeinsam, die ist ja irgendwie eine Schwachsinnige, meint dann irgendwie Aegon zu seinem Bruder und Aemond meint dann irgendwie so ganz stolz geschwellt, ja, also wenn Mutter es mir befehlen würde, würde ich sie heiraten allein schon, um das Blut reinzuhalten und das ist irgendwie auch sehr paradox, oder? Weil, ähm, mit jemandem, der, der, sag ich jetzt mal irgendwie als geistig behindert oder eben dann hier ganz grob und, und primitiv dann eigentlich formuliert schwachsinnig ist, die ist vielleicht nicht gerade die beste Kandidatin, um das Blut reinzuhalten und schon gar nicht auch noch in einer Inzest, äh, eher, ne? Ich glaube, Aemond sieht auch in ihr so ein bisschen, weil sie ist ja die Ausgestoßen unter den Geschwistern und er ist ja gleichzeitig der, also war bis, zumindest auch das letzte Folge so ein bisschen etabliert, der Ausgestoßene aus den Cousinen und Cousins, weißt du? Also deswegen hat er vielleicht noch eher den... Er ist so der Außenseiter der... Genau, den, den... Von den Kindern so der Außenseiter, ja. Ja, und wir erfahren noch, dass Aegon wirklich einen absoluten Arsch ist, äh, weil da ist irgendwie, äh, da ist, glaube ich, irgendwie so ein bedienstetes Mädchen und dann, dann macht er irgendwie so einen sexistischen Spruch über ihre Beine oder sowas, also, also von wegen, wir haben ja doch was gemeinsam, wir stehen beide irgendwie auf, auf lange Beine oder in so einen, so einen, so einen Blödsinn. Also, er glänzt, er glänzt, er glänzt in dieser Folge nicht wirklich, also, er steht eigentlich nur im Weg rum. Obwohl, kann er, kann er noch weniger glänzen als in der letzte Woche, wo er den Homelander gemacht hat. Ja, äh, er bemüht sich, das Schöne auch an der Szene wieder, hier gab es wieder, äh, eine schöne Überblende, in dem Helena da ihren, diesen, ja, diese Spinne oder was, äh, in dieser Muschel fängt und dann kommt die Blende zu Alison, beziehungsweise direkt zu Laris und da hab ich mir gedacht, ah, I see what you did there. Ja, ähm, also, ihn so, so ein bisschen als den, den, den Spinnenmann, als, äh, jemand, der die, der auch Fäden ziehen kann und Laris, ich hab, da hab ich mich gewundert, okay, was machst du da? Also, bist du einfach nur mit, weil, ja, also, da hab ich mich tatsächlich gewundert, warum er da ist, ähm. Was ich aber noch, äh, sagen kann hier zu Helena, äh, ich weiß nicht, hat euch das nicht auch sehr an diese, äh, Erzählung von Tyrion erinnert, hier mit, mit, äh, ja, also, kurz bevor ihr in der vierten Staffel, äh, der, der Kampf hier Viper gegen Berg ist, äh, mit, äh, mit dieser Erzählung von Orson Lannister. Mit dem, äh, im, im Kerker mit Oberyn? Genau, der, nee, nee, nicht mit Oberyn, mit Jamie, genau. Ja, richtig, der die, der die, äh, die Tiere da zerdrückt hat oder so. Genau, richtig. Und das, das ist ein ähnliches Motiv hier. Stimmt, ja, da war was, ja. Ja, überhaupt, also, so, das Insektenmotiv, also, das scheint so, äh, ist mir ihr Ding. Wie gesagt, also, ich fand die Transition von dem, von Spinne auf Laris sehr aussagekräftig. Ähm, da gibt's auch bloß eine, eine kurze Szene, in dem Kristen Kraut, äh, Alicent nur kurz darauf hinweist, dass Laris sie schon die ganze Zeit anstarrt, äh, aber Alicent das einfach abtut, ja, das ist der Stolz, denn er ist der Erbe von Harrenhall. Genau. Gut, äh, dann, aha, es sind so viele ganz kleine, kurze Momente, die ich aber vielleicht, also, zumindest ansprechen. Da waren echt schöne Gesten drin, also, ja. Genau, das ist nämlich das Ding, das sind ganz viele, so, kleine Sachen, die auch, die dem späteren Verlauf auch noch so ein bisschen mehr tragik und dann noch so ein bisschen mehr einfach eine Echtheit, eine Authentizität verleihen, dass ich sagen muss, diese Folge, ah, die hatte mich echt. Da gibt's nämlich die Szene, ähm, von Therese, wie du angedeutet hast, wo Cheseris da den Cousinen, ich hab mir den Namen immer noch nicht, ich glaube, Bayla und ... Bayla? Oh, da bin ich jetzt auch. Oh Gott, ey, ich ... Es ist der Letzte auch schon. Also, langsam verliert man den Augenblick ohne Stammraum. Ich hab versucht, mir die Namen zu merken der Kinder, aber es ist echt schwierig. Und, äh, das Ganze geschieht wortlos, er versucht da kurz so sein, sein Mitleid auszudrücken, äh, und dann ergreift eine der Schwestern wortlos seine Hand und das fand ich schöne Geste und, also, ohne viel zu sagen, da das zu vermitteln. Und, ähm, die kommt, glaube ich, ein bisschen später, aber dann gibt's genau noch so eine wortlose Szene, nämlich, wo sich Aemond da ganz, er fast schüchtern nähert und, ähm, Cheseris auch irgendwie so sein Mitleid ausdrücken möchte, er sich aber dann doch nicht traut, sondern dann eher so vorbeigeht. Und das ist ... Da war ich mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich irgendwie, ob das wirklich dann Trauer oder Mitleid war oder ob das da irgendwas anders im Blick war, ich konnte's nicht wirklich eindeutig folgen für mich. Und den Anstoß der Mutter, das darf man nicht vergessen, ne? Das ist so, das ist, das ist auch so typisch für Kinder, ja. Ja, ja, ich fand, ich fand das schön und vor allen Dingen, so im Vergleich zu, wie wir sie später sehen, ist es so, ah, es hätte, vielleicht wär's, vielleicht wär's nicht eskaliert, wenn ihr kurz, so, wenn, wenn das kurz, äh, ein Gespräch entstanden wäre. Ganz feine, kleine Szenen. Äh, als nächstes Lord Corliss bei Lucerys oder bei Luke, ähm, äh, der sagt, äh, ja, er nähert sich und sagt, dass der Sitz, also, Hochflut, äh, Quatsch, ja doch, Hochflut, als auch der ... Ja, Hochflut wird ihm gehören. Genau, als auch Driftmark irgendwann ihm oder ... Genau, dein, 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 dein Bruder, Jace, der wird zwar auf dem eisernen Thron sitzen, aber du wirst hier Lord der Gezeiten, das ist vielleicht auch schon ein bisschen foreboding insofern, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, die nächste Folge heißt nämlich Lord of the Tides oder of the Sea Tides, so ähnlich, also wieder so ein ... Ja, gut, diese Titel sind eh so ein bisschen, äh, und, ähm, interessant fand ich in der Szene und, äh, das ist auch so ein Motiv, was sich bei Corliss, äh, durchzieht in dieser Folge, man merkt, äh, ich meine, der ist ja jetzt auch schon eine ganze Weile in Westeros, er ist irgendwie um keinen Tag gealtert in den mittlerweile 13 Jahren Zeit Folge 2, man merkt, der ist richtig vereinnahmt mittlerweile von diesem ganzen Royals-Scheiß, ne, also der denkt irgendwie nur noch ... Das war ja aber schon die ganze Zeit. Ich glaube, ich würde ... Also, das ist ja von Anfang an ... Ja, ich finde das gerade, also, auch schon in den Folgen, wo er ja unbedingt Lena mit, äh, mit Viserys verheiraten wollte, ich finde, das zieht sich bei ihm so durch und ich muss sagen, es gibt später eine Szene mit Reignis und ihm, da ist es mir echt ein bisschen auf die Nerven gegangen, weil ich mir denke, boah, das ... Genau dasselbe Gespräch, was ihr hier führt, äh, das hatten wir vor ein paar Folgen schon mal und ja, es verdeutlicht natürlich seine Versessenheit, aber die Versessenheit, die war auch schon zwei Folgen vorher klar. Ja, ja, das ... Ich hatte es jetzt auch eher darauf bezogen, dass er halt, ähm, äh, er ist ja kein Targaryen und er kommt ja auch nicht aus Westeros. Also, er hatte eventuell vorher gar nicht so einen Bezug dazu. Ich meine, er ist natürlich ein steinreicher Mann, das ist aber in erster Linie, weil er halt ein Seefahrer ist. Aber das sieht man in der Serie ja gar nicht. Aber auf Corlys kommen wir später noch mal kurz zusprechen. Ja, äh, ich sag's immer wieder, The Sea Snake. Nee. Ähm. Aber, äh, auf jeden Fall ist das schön, dass, also, Corlys kommt da halt an mit diesem ganzen, äh, Erbfolgegelaber und man merkt, äh, Luke ist, ist total fertig und sagt dann nur, ja, was, was bringt mir das? Äh, wenn ich weiß, dass ich Lord werde, äh, werde, dann weiß ich auch, das ist nur, weil dann alle, äh, die mir irgendwas bedeuten, tot sind und geht weg. Genau, er sagt ja auch, klar, ich will das gar nicht. Warum sind eigentlich alle, alle, wirklich alle, äh, schlauer und vernünftiger als die Männer? Also, egal, ob's Raine es ist oder ob's jetzt auch dieser Junge ist, der, ich weiß es nicht, sechs Jahre alt ist, äh, und er sagt es ihm wirklich ins Gesicht und Corlys, der ist ja so, äh, der guckt ein bisschen vergisst. Ja, ja, ja. Ja, aber es ist halt leider das Schicksal in diesen Familien, man sieht's ja auch in der Realität, ähm, der König, also die Königin ist tot und dann lang lebt der König. Hat er auch ein bisschen was von Rickon aus der ersten Staffel? Ich weiß es nicht, ob's die da, da gab's mal so eine Szene mit Bran, äh, am Bett, wo Rickon nachts zu ihm schleicht und auch sowas ähnliches sagt, sagt wie, ah, ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, aber ich weiß nicht, ob's da war, wo Rob zu den, äh, die Banner zusammenruft, ähm, aber da war so eine ähnliche, weil der hatte dann ähnliche Sorgen, wie es jetzt hier Lucerys hat. Ja, der hatte irgendwie eine, äh, ja, ja, bei, bei Rickon, der hatte irgendwie eventuell auch eine Vision, ne? Ach stimmt, ja, ja, auch noch. Oder sowas, äh, von, äh, von den bevorstehenden, also das ist ja kurz, äh, bevor Ned Stark geköpft wird. Aber gut, es führt jetzt hier zu weit auf jeden Fall, äh, 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 ich hab jetzt, äh, äh, zwischendurch, hab ich jetzt tatsächlich auch mal den Namen ergoogelt von, äh, Rhaenys, äh, 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 ja klar, sie ist ja dann die Oma, ne, oder? Ja. Genau, hier Bela, Bela und Rhaena Targaryen, die sind ja, äh, äh, Zwillingsschwestern. Genau, die werden dann auch einmal von Rhaenys ganz herzlich umarmt. Ist auch ne, ist auch, ach, schöne kleine Szenen, die sich da verstecken. Aegon seufzt sich immer noch einen durch. Ähm. Äh, 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 und was auch immer präsent ist, neben der Musik in der Folge, also wirklich, die sich kontinuierlich immer weiter schwingend und mal so, mal auch trauernd und, äh, melancholisch oder nachdenklich, aber auch sehr erhaben und später, äh, später dann auch nochmal so majestätisch ist, äh, hört man auch immer wieder so Drachengeräusche. Und das vor allen Dingen, vor allen Dingen die Szenen, wenn, wenn Aemond irgendwie, äh, im Bild ist oder so, weil der, äh, ich hab das Gefühl, da übernimmt man kurz immer so seine Perspektive, weil er ja wirklich, weil das, diese Drachengeräusche in ihm ja was ganz Besonderes auslösen, weil er halt keinen Drachen hat. Ja. Ja, ich hab immer das Gefühl gehabt, irgendwie nur er nimmt das wahr, die anderen haben das gar nicht so, so beobachtet. Er war immer der, der dann zum Himmel geschaut hat und, und den Drachen beobachtet hat. Der wahrscheinlich irgendwie auch vielleicht auf seine Art getraut hat, der Drache, weil deswegen. Wahrscheinlich, ja, also es ist aber auch dann, ist auch wieder foreboding irgendwo mit Aemond, ne, dass dann. Ja, und vor allen Dingen ist es halt so, dass sein, dass sein Charakter wirklich aufgenommen wird und dann nicht plötzlich, hier, guck mal, der hat übrigens auch eine Affinität für Drachen, sondern das äußert sich in diesen Szenen ganz subtil. Das mag ich. Und dann gibt's auch eine Begegnung und zwar zwischen Damon und Viserys und jetzt kommt so was, Theresia, wie ist denn deine Verbindung zu, zu Damon? Ich glaub, das frag ich jeden Gast, den wir hier haben, aber Damon ist halt auch so ein Charakter, der von Folge zu Folge immer wieder eine Charakterwandlung oder so bekommt, gefühlt, wobei ich hier fand, er hatte nicht viel in dieser Folge zu tun, außer vielleicht dann später noch was, aber ich finde, man schafft's ihn halt auch so einzubinden, dass es nicht unbedingt einen Mord oder eine krasse Aktion von ihm braucht, wie in Folge 5, dass dieser Charakter was zu tun bekommt und dass er vor allen Dingen auch zur Geltung kommt. Es reicht ja bei ihm schon, wenn er irgendwie an der Tür oder an der Wand gelehnt steht und irgendwie so wissend, so allwissend irgendwie in den Raum schaut und du einfach nicht, ich kann den einfach nicht entschätzen, ich tue mir echt schwer, also ich hab irgendwie das Gefühl, ich kann ihn nicht in den Kopf reinsehen. Bei allen anderen ist es irgendwie, da weiß man so ein bisschen die Hintergedanken oder was die fühlen und so weiter und bei ihm kann ich's nicht ganz identifizieren. Also, ich glaub schon auch, dass er jetzt nicht um seine Frau trauert, aber so ganz ansehend tut man's ihm jetzt auch nicht. Ich glaub schon, dass er mit ihr auch irgendwie glücklich war, dass es nicht nur eine reine Zweckverbindung gewesen ist, aber ja, ich kann, also der Figur ist für mich nicht greifbar, weil ich ihm wirklich jetzt mich sehr schwer tue, ihn da irgendwie einzuschätzen. Aber, äh, äh, von wegen, dass man ihm nicht wirklich in den Kopf gucken kann, äh, ich weiß nicht, ähm, du hast ja jetzt so alle Folgen auch relativ hintereinander weggesehen jetzt erst, äh, wie, wie ist das bei dir mit Alicent? Konntest du der immer so wirklich in den Kopf gucken? Zumindest hab ich das Gefühl, ich weiß, also zumindest glaub ich jetzt, dass ich das konnte. Also, die hat sich jetzt in den Folgen jetzt auch gewandelt, also vor allen Dingen jetzt halt eben, ähm, wo jetzt dieser Zehn-Jahre-Sprung gewesen ist, also die ist da schon jetzt, ähm, ja, wie soll ich sagen, taktischer oder politischer worden als früher, also sie ist schon, sie ist erwachsener worden, also nicht so am Anfang, wo halt ihr Vater gesagt hat, geh mal zum König und tröste den. Ja, ja, ja. Also, die ist schon, die ist gewachsen. Ja, ja, das ist schon. Sie hat ja ein klares Ziel, also bei ihr ist es ja sehr viel eindeutiger, was sie will, als jetzt bei... Ja, mittlerweile, ne? Ja, ja, aber auch mit der so Flöße, äh, ihres Vaters, also... War ja auch schon, ihr Ziel war ja auch schon immer da. Ja, und der, der, ja, und der Larys, der war jetzt ja dann, der ja dann an den Stellen des Anstoßes gegeben hat, dass sie halt nur mal nachforscht, was damals, ähm, zwischen Rhaenyra und ihrem Onkel da passiert ist, also er hat ja das da schon eingeflößt und da kam's halt dann eben zu diesem großen Bruch, würde ich halt sagen, zwischen ihr und ihrer Freundin, weil, ja, sie dann halt eben dafür gesorgt, dass ihr Vater weg ist und das hat sich ja, glaub ich, halt dann nicht so verziehen und deswegen erstens nochmal das und zweitens hast du halt immer diese Konkurrenz mit den Kindern von, von Alicent und mit den Kindern von, von Rhaenyra. Ja. Ja, und das ist halt bei, also bei Damon, der macht halt immer sein eigenes Ding und es ist, es ist nie so richtig, äh, hach, ich, ich verstehe total, was du meinst und es gibt eben... Ich hab das Gefühl, als würde er jetzt so mit nebendran stehen, also da, wo dann auch so, ähm, später in der Folge, wo er dann so dran steht und einfach mal sagt, ja, macht ihr mal, zerfleischt ihr euch, ich genieß das. Ja, 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 der ist so Zaungast, ne? Genau. Ja. Ja, 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 da sind ja auch viele. Gleichzeitig Zaungast, aber ja mit dem Ende der Folge auch gleichzeitig Mainplayer, also es ist... Ja, ja. Ja, äh. Es schwankt so bei dem zwischen diesen beiden Polen, ne? Ich frag mich noch, wo, immer noch, wo Müsar hier ist. Das stimmt, stimmt, was er mit ihr gemacht hat, schade, dass das nicht mal in dem Nebensatz irgendwie fällt. Nee, das ist echt... Das ist... Naja. Aber zugleich wundert man sich ja auch, dass, äh, Rhaenys und Corlys, äh, irgendwie überhaupt nicht gealtert sind, ne? Nee, die sind immer noch... Genau so. Ja, das, das fühlt sich manchmal ein bisschen seltsam. Ich hatte auch dann komische Vibes, als Daemon mit Rhaenyra spazieren war, weil sie halt, ich hatte fast das Gefühl, dass sie älter aussieht als er, aber... Äh, egal, wir sind erstmal bei dem Gespräch zwischen Viserys und Daemon, auch zwei Brüder, die sich lange nicht mehr gesehen haben und Daemon bemerkt auch ganz offen da mal den Zustand des Königs. Aber ja, Viserys ist, wie gesagt, immer noch gut dabei. Ähm, das Ganze wird beobachtet von Rhaenyra und Viserys möchte ihn so ein bisschen heimholen. Wenn er möchte, kommt doch mit nach Königsmund. Aber Daemon sagt, also lehnt das ab und sagt und nennt Pentos jetzt sein Zuhause. Und Viserys versucht da ja wirklich diese Wogen zu glätten. Und das sind dieselben Bestrebungen, mit denen er auch letzte Folge immer versucht hat. Okay, komm, wir sind eine Familie. Lass doch einfach alles gut werden. Dass sich wirklich alle vertragen und diesem, diesen alten Mann, dem sei es ja auch irgendwie gegönnt, irgendwie. Der will doch einfach nur Ruhe in seiner Butze haben. Mehr, mehr will er doch gar nicht. Aber es schlägt fehl. Daemon geht, kann noch nicht ganz gehen, denn Otto stellt sich ihm noch in den Weg und ja, sein Mitleid doch, ja, Daemon, der bringt ihm sehr deutlich zum Ausdruck, wie wenig er von ihm hält, was ja auch schon seit, also was schon immer so war. Ja, ja. In Folge 1. Genau, da war dieser tolle Satz mit den Blutegeln. Wie viel ist das? Egal, wie fetter wird, der Egel saugt immer weiter. Genau, richtig. Ich habe mich kurz gefragt, ähm, ja gut, Viserys wird es wahrscheinlich nicht interessieren, aber der hatte ja wirklich so einen Groll gegen Otto und er hatte ja dann wirklich dieses Spiel, zumindest hatte ich das Gefühl, in der Szene durchschaut, als er ihn da entlassen hat. Ob er ihn jetzt einfach so wieder eingestellt hat? Ja, wahrscheinlich so ein bisschen aus Mangel an Alternativen, ne? Ja, wahrscheinlich wird ihm halt seine Frau, also dann die Tochter von Otto schon auch gut zugeredet haben, weil ich glaube jetzt auch nicht, dass er ihm komplett immer schlecht gedient hat, aber er hat ja natürlich auch seine eigene Agenda schon immer verfolgt, vermutlich. Ja, vor allem, es ist ja, es ist natürlich auch schon echt lange her, ne? Ich meine, das ist, äh, zehn Jahre hat, äh, hat, hat, ähm, hier, äh, Lionel Kraft, äh, äh, dem gedient. Ja, das stimmt. Lionel Strong. Wahrscheinlich verlässt er sich. Vielleicht wird er auch wieder jemandem vertraut, dann haben wir so jemanden, den er halt schon kennt und ihn kannte er halt schon. Und ich glaube schon, dass das ist, ja. Ja, aber ich, äh, wollte nochmal kurz auf Damon zurückkommen, denn, ähm, äh, Viserys unterbreitet ihn ja von irgendwie, ja, komm, also, ich, ich, ich hol dich wieder heim ins Reich und hier, du kriegst wieder ein, irgendeine Stellung, wir finden schon irgendwas Schönes für dich und dann sagt Damon so von wegen so, ja, ich, ich, ich will eigentlich gar nichts mehr. Ja, so ein bisschen das, was er auch letzt, aber ist ja auch ein bisschen so das, was er letzte Folge gesagt hat, oder? Also, es ist ja, ich find's ja auch schön, zwischen den Folgen liegt ja jetzt auch nicht so ewig viel Zeit. Das sind wahrscheinlich wieder so, es sind wieder ein Monat oder ein paar Monate, aber es liegt auch nicht wieder viel Zeit und ich find, die Gedankengänge, die hier bei den Charakteren liegen, die liegen sehr nah an den von letzter Folge, also auch bei Damon. Mhm. Ja, bei Damon zieht sich wirklich schon so ein, so ein, so ein, so ein Nihilismus mittlerweile schon einzugehalten, ne, dem ist irgendwie alles gleichgültig oder er lässt es zumindest so wirken. Oh, und da ärgert's mich, dass man ihm da diese Mordgeschichte dann auch andichten musste, weil sie ergibt überhaupt keinen Sinn und hätte so, es würde überhaupt nicht stören, wenn sie nicht da wäre. Da kommen wir ja noch zu, Paul. Dafür sitzen wir ja hier, um darüber herzuziehen. Ja, gut. Jedenfalls geht es dann damit weiter, dass, glaub ich, dann Rhaenyra ihre Söhne ins Bett schickt. Ja. Äh, weil es wird ja, es, also wir, wir verbringen wirklich viel da, ne, und es wird ja dann jetzt auch, glaub ich, so langsam dunkel. Es wird langsam düstere, ja. Zwischendurch, hattest du ja schon gesagt, lässt Corlys, weil es ihn total erzündet, dass, dass Lenor sich da so abkapselt, äh, schickt dann diesen Zerkal, um den zu holen und, äh, der wankt dann aber auch eher so mehr schlecht als recht einfach, äh, in, in, in die Burg hinein, man, weiß ich nicht, ist der besoffen oder so wahrscheinlich, ne? Hm. Nee, wohl, vielleicht ist ihm auch kalt, wer stand ja da wahrscheinlich minutenlang, stundenlang im, im Wasser. Stimmt, stimmt, genau. Ja, gut beobachtet. Und, ähm, was, äh, auch sehr auffällig war, der, der König, äh, also, Viserys, der kann sich ja schwer auf den Bein halten, sagen wir es mal so. Er hat ja auch nur noch drei Extremitäten. Ja, er sah aber auch schon schlechter aus. Er sah schon, ja, die haben ihn wahrscheinlich hier auch ein bisschen, ein bisschen zurecht gemacht, weil das so ein offizieller Anlass ist. Natürlich, ja. Und dann, 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 äh, äh, geleitet ihn irgendwie hier Sir Harold, äh, Westerling, äh, geleitet ihn in die Burg und, äh, in Vorbeigehen. Letzte Folge auch, den ich gesehen habe. Den hab ich letzte Folge auch vermisst, ist mir im Nachhinein aufgefallen. Ja, und der ist irgendwie auch kein bisschen, kein bisschen geantwortet. Das stimmt, ja. Ja, gut, der ist ja, der ist ja eh nur so dabei und, äh, äh, ist ja Christon Kraut, äh, deine, äh, absolute Lieblingsfigur, Paul soll die Nachtwache schieben. Und bevor, äh, Viserys in den Palast geht, äh, nennt er Alicent im Vorbeigehen Elma. Oh mein Gott, diese Szene, er sagt zu ihr, ich lege mich zur Ruhe, Elma. Ja. Und ich hab mir diese Szene bestimmt drei, vier Mal angeschaut, weil ich erst noch mal gucken wollte, hab ich das jetzt richtig verstanden? Hat er gerade Elma gesagt? Ja, hängen sie ihm jetzt auch noch Demenz an, ja. Und das, äh, das glaub ich nämlich gar, also, ich glaub nicht, dass Viserys einfach nur so senil und vergesslich ist, sondern, dass er sich immer noch so danach sehnt und dass ihm diese Entscheidung immer noch so sehr wiegt, die er vor Jahrzehnten Mal getroffen hat, dass das ihm immer noch so im Gedächtnis ist und er ja wirklich, also in seiner Fantasiewelt, sag ich mal so, wie man ja auch später sehen, lebt und dass ihm das dann nicht rausrutscht, aber dass ihm das einfach so rauskommt. Und das ist wirklich, ich fand, die war auch so klein, diese Szene, aber ich fand sie unglaublich stark, weil sie aussagekräftig ist und weil sie auch ohne großes Tamtam die Figuren einfach noch mal einfängt. Mhm. Ja, es ist ... Ey, man weiß ja nicht, was das bewirkt, ich meine, er ist jetzt eben auf einer Beerdigung und wie gesagt, also, er hat vielleicht das alles immer noch nicht verarbeitet damals und das kommt halt vielleicht auch alles wieder hervor. Ja, es hat ihn auch vielleicht an, äh, so, also, man wird ja auch bei einer Beisetzung und so wird man ja dann doch irgendwie wehmütig, da fängt man auch so an, über die eigene Existenz nachzudenken, was man ja dann auch bei Lenor hier zum Beispiel auch sieht. Aber ich kann mich da, Paul, anschließen, also, schöne, viele, kleine Gesten, wo gar nicht viel gesagt werden muss und die trotzdem, äh, äh, ja, sehr viele Aussagen einfach. Also, da auch ein, äh, Lob an, äh, das Skript von Kevin Lau, der ja auch, äh, Paul, wir kennen ja schon seine Schreibkünste aus Westworld, äh, der hier, äh, äh, glaube ich, auch komplett allein das Drehbuch geliefert hat. Also, sehr, sehr schön. Ja. Ja, ich hab's die Zu-Bett-Gehrunde genannt, weil, also, wie gesagt, die Söhne von Renor werden ins Bett geschickt, Riserys, äh, legt sich auch schlafen. Einer schläft schon, zumindest, äh, liegt er irgendwo rum, oder irgendeine, also, ja, äh, es ist Aegon. Der wird dann unsamt geweckt von seinem Großvater. Ja, ja. Und Otto reißt ihn, also, der ist wirklich überhaupt nicht zimperlich mit ihm, der reißt ihn da hoch und verdonnert ihn wirklich, ins Bett zu gehen. Dass ich so sage, oh mein Gott, ich hätte so Angst vor Otto, wenn der mich das Nachts so aufrütteln würde. Ich glaube, dass das Otto gerade auch richtig anpisst, dass das ausgerechnet der ist. Ich meine, man darf nicht vergessen, auf den, also, der Aegon ist ja das Pferd, auf das er gesetzt hat. Ja. Beziehungsweise der Drache und dass der dann so ein, ein wirklich nichtsnutziger Halodri ist. Und der ist ja wirklich, also, Aegon ist bislang wirklich ein absoluter Honk in der Serie. Und da kommt, und da kommt ja auch schon bei ihm diese Zwiespalt zwischen diesen Brüdern, der, also, Otto an sich hat ja dann, wie man später feststellen, ja, fast schon Respekt vor Aemond, was er da macht. Und er lässt Aemond ja auch hier, der sitzt ja da auch mit rum. Der ist ja auch noch mit da und, gut, der ist, er ist nicht betrunken, sondern startet auch so ein bisschen wieder die Wolkendecke an. Aber den lässt er ja vollkommen unangetastet und sagt ihm nicht irgendwie so, hey, geht doch jetzt auch mal schlafen. Nee, Aemond bleibt zurück und da ist wieder diese Szene, wo er in den Nachthimmel guckt und der Mond scheint, glaube ich, so ein bisschen. Und man sieht so den Schatten von einem Drachen über den Wolken und es ist wieder dieser Drache oder diese Geräusche, die ihn rufen. Und da hinten raus auch nochmal die Musik, die sich jetzt schon die ganze Zeit gezogen hat, die wird nochmal richtig, ich habe es erhaben genannt, weil es war nochmal richtig, als würde jetzt die Kraft oder als würde vielleicht auch Aemond jetzt aus dieser Nacht diese Kraft schöpfen oder diesen Mut schöpfen, den er dann später an den Tag legt. Ja, es finde ich toll, über die ganze Folge hinweg aufgebaut, wie er dann irgendwie den Entschluss fasst, sich da hinzustehen und dann, also insbesondere dann, ja gut, auf die Musik komme ich dann nochmal in der eigentlichen Drachenszene zu sprechen. Sehr gerne. Gut, also jetzt, das war erstmal so, dass von der Trauerfeier, wir gehen dann nämlich mal rein nach Hochflut. Driftmark. Genau. Hochflut, genau. In Halle 9, habe ich mich gefragt, oder in Halle der 9. Es ist Kamin Nummer 15, nicht Halle 9. So, und jetzt kommen wir nämlich mal zu dem Gespräch zwischen Reynes und Corliss. Und wir hatten, wie gesagt, zwei Folgen zuvor, vor der Hochzeit, hatten wir auch ein Gespräch zwischen Reynes und Corliss, das sehr, sehr, sehr ähnlich war. Weil Corliss fängt auch wieder davon an, dass er ihr doch nur die Krone zurückholen will oder die ihr verweigert wurde und, ach Mann, und Reynes sagt auch zum wiederholten Mal, ich habe abgeschlossen, das Ich bin's nicht, die mehr daran hängt. Du bist das, der, du hängst dich immer daran auf. Und, ach Mann, habt ihr kein anderes Sekoliss, erzähl doch mal ein bisschen von deiner Seefahrt oder so. Also natürlich passt es jetzt nicht so richtig hier rein. Aber, ich weiß nicht, Therese, wie ging's dir? Ist dir das auch aufgefallen, dass sich irgendwie dieses Gespräch nochmal wiederholt? Ja, schon. Und vor allen Dingen, also, weil, also sie ist ja die, die nicht um die Krone betrogen worden ist, aber sie stand halt zur Wahl, also sie hat die Krone verloren. Und er fühlt sich aber immer nur so quasi am, egomäßig verletzt, so quasi, was mir entgangen ist. Und wie seine Frau sagt, sie hat damit abgeschlossen, nur ihm lässt es irgendwie keine Ruhe. Und ich finde das dann auch so, ja, also ich, auch wenn ich jetzt wieder ein bisschen was vorweggreife, hat ja dann die Frau die Idee, das Schloss jetzt einer der Enkeltöchter zu vermachen. Und da sagt er, nö, willst du jetzt quasi unserem anderen Enkel da sein Geburtsrecht irgendwie nehmen? Und dann denke ich mir, da, also er ist sauer, dass seine Frau nicht die Erbfolge gekriegt hat, aber jetzt der anderen Enkeltochter verwehrt das. Ja, also ich kann es nachvollziehen, dass ihr den Dialog da ein bisschen repetitiv findet. Wobei auf der anderen Seite, es dreht sich ja dann auch, oder, also lass es mich so sagen, Corlys versucht eigentlich dasselbe Anliegen an Reynes zu formulieren, aber diesmal mit einem anderen Katalysator, nämlich eben mit dem Tod der Tochter und eben auch im Hinblick aufs Vermächtnis, also von wegen, ja, wenn meine Frau das dann nicht haben kann, dann aber doch zumindest meine Nachkommen und so weiter und so fort. Sie sprechen dann ja auch über Damon und Reynes, äh, generell Reynes ist wirklich, äh, 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 Mrs. Honest hier, was weiß ich. Also die, die spricht, die spricht einfach herrlich unangenehme Wahrheiten klar aus. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, Dom, Dom, steck dir dein SeaSnake Spin-Off oder sonst wohin. Ich hätte gerne eine Miniserie und eine Charakterstudie über Reynes. Ja, äh, Reynes, äh, darf doch gerne in der SeaSnake-Serie vorkommen. Nein, nee, ich will sie als Person und Corlys darf, genau, Person und Corlys darf drin vorkommen, so am Rand, aber alles, was der, also ... Corlys, der, sie geht erst mal zu den Basilisken-Inseln, dann überlegst du's dir anders. Aber, ähm, nee, und vor allem, äh, eins fand ich hier sehr interessant, das kam mir ja nur so beiläufig und zwar, äh, äh, Reynes macht sich da nämlich irgendwie Vorwürfe im Hinblick auf Lena, weil die ja nach Hause gewollt hätte, also die war ja ein Penthouse mit Damon und Damon hätte sie aber nicht gelassen. Und dann sagt irgendwie, Reynes, ja, Lena, das, das wäre nicht passiert, wenn, wenn, wenn sie hier gewesen wäre, sie, sie hätte die Maester von hier gebraucht und nicht die Mediziner da in Essos. Und da hab ich mir die Frage gestellt, wissen die eigentlich genau, wie sie gestorben ist? Okay, wodurch, aber auch wie? Ah, ich glaub schon, also spätestens die Töchter, äh, die Enkeltöchter werden ihr davon erzählt haben. Ja, aber hätten die Maester, ich mein, das, das Skelett von der war verkohlt, also da hätten die Maester da auch nichts mehr tun können. Ja, aber sie meinen wahrscheinlich, dass sie halt vielleicht bei der Geburt an und für sich noch helfen hätten können, um überhaupt den Schritt zu verhindern, dass sie sich doch vor einem Drachen hinstellt. Ja, es ist halt die Frage, ob die überhaupt wirklich wissen, was mit ihr passiert ist, ob Damon das so offen kommuniziert hat. Ja, ich glaub nicht, dass es Damon kommuniziert hat, ich glaub, dass es die Töchter kommuniziert haben. Also, die wussten ja auch, dass ihre Mutter schwanger ist, hochschwanger ist. Also, ich glaub, dass... Ja, aber auch, dass sie verbrannt ist, kann ja auch sein, dass, dass denen Crutch erzählt wurde, dass sie im Kindsbett gestorben ist. Nee, die haben doch, die... Ich hätte jetzt schon, ich hätte jetzt auch gesagt, dass sie wissen, was mit ihr passiert ist. Die haben sie gesehen am Ende. Am Ende der letzten Folge. Die haben sie gesehen? Ja. Okay, weil ich meine... Ich dachte, da guckt eine der Töchter, ich glaube, Bela war es, von der Brüstung runter und sieht das oder... Ja, also doch, doch, das war, das meine ich, das hat man letzte Folge noch gesehen. Ey, aber das ist hier, diese Szene, Reignis ist ja nicht die Einzige, die sich hier die Vorwürfe macht. Oder, was heißt Vorwürfe? Aber sie hätte ja gedacht, vielleicht hat sie doch nicht genug getan, sie zurück nach Driftmarkt zu holen. Oder vielleicht hätte sie dahingehend unterstützen sollen. Es ist ja auch dann so ein bisschen, äh, Laenor später ja auch. Hm. Ja, sie lockt auf jeden Fall, Reignis schafft es dann doch irgendwie aus ihrem Ehemann rauszulocken, was der wirklich denkt. Denn der spricht da irgendwie von... Also erstmal macht es ihn sprachlos, wie die ihm eigentlich fast schon immer in den Mund fährt. Also da merkt man, die hat die Hosen an in der Beziehung. Und dann sagt er halt offen raus von wegen, ja, das Leben ist doch so kurz und was hat man als Sterblicher für einen besseren Antrieb, als sich irgendwie zu verewigen durch sein Vermächtnis. Und, äh, Reignis schenkt ihm dann aber ein, ja komm, äh, wir sind doch jetzt hier unter uns. Äh, du weißt ganz genau, dass diese Kinder von Rhaenyra nicht von deinem Blut sind. Und dann entgegnet er noch, ja, man erinnert sich ja auch nichts an Blut, sondern an Namen. Und das ist so, das ist so ein richtiges GOT, also so ein Game of Thrones Zital, oder das ist so ein Satz. Ja. In ein paar Jahren, da wird das so bei Zitate raten, weiße Landen und man wird sich erinnern müssen, welcher Lord das jetzt gesagt hat. Das ist wirklich so ein Satz wie hier, äh, ich werde das Rad zertrümmern oder so. Ja, das, ähm, gut, dass du das ansprichst, weil das war nämlich das, glaube ich, was man im allerersten Teaser gehört hat, der vor etwa genau einem Jahr erschien. Ah ja. Und, äh. Klar, perfektes Teaser-Material, ja, ja. Ja, vor allem, wenn du dir den mal anguckst, guck dir den vielleicht nochmal an, da sind erstaunlich viele Szenen aus dieser, äh, Folge hier zu sehen. Und das hängt unter anderem wohl damit zusammen, dass das hier mit das Erste war, was sie überhaupt gedreht haben. Ja, und weiß, dass bisher best ist. Ähm. Ja, durch, also würde ich, würde ich mitgehen, also das, äh, das, das sagen sie im Making of tatsächlich. Gut. Ich weiß nicht, ich hab dir noch was zu dieser kleinen Szene zwischen den beiden zu sagen. Äh. Äh, nee. Dann gehen wir jetzt nämlich ein Stückchen am Strand spazieren. Ähm. Oh ja, stimmungsvoll. Ja, auch wieder in der Nacht. Beim Mondlicht am Strand, ja, es ist, es ist romantisch. Vollkratzer ist auch schon so ein bisschen romantisch, ja. Es kommt zum langersehnten Gespräch zwischen Rhaenyra und Daemon und da geht's auch wieder, also ich find's schön, wie sich die, wie sich die Gespräche entwickeln, weil ich erstens das Gefühl habe, dass sie sich authentisch entwickeln. Und weil sie aber auch gleichzeitig so viele Dinge streifen. Es geht um die Verluste, es geht auch um das offene Geheimnis für meine Kinder. Es geht um Lenor, der eben diesen Schein da auch gar nicht mehr richtig aufrecht erhält. Das hat er ja auch letzte Folge eher so. Und da kommt auch kurz in einem Nebensatz oder in einem Satz zur Sprache, dass sie es tatsächlich auch versucht haben, ein Kind zu bekommen. Das hatte ich nach der letzten Folge auch gehört, warum sie es nicht versucht haben, aber doch innerhalb zehn Jahre haben sie es auch mal versucht, aber es ging einfach nicht. Und dann kommen sie natürlich auch irgendwann auf sich zu sprechen, auf ihre Vergangenheit. Und im Schutze der Nacht kommen sich beide dann wieder näher. Ja, obwohl Rhaenyra natürlich auch, sie sprechen ja unter anderem auch über Ser Harwin und man merkt, dass Rhaenyra, der ja durchaus was bedeutet hat und dass sie noch wirklich um den trauert, aber trotzdem fühlt sie sich ja doch zu ihrem Enkel sehr hingez... äh, zu ihrem Enkel. Oh Gott, nein, von Kälte. Ja, dann geht's wirklich zu sehr. Also wir wollen's nicht übertreiben mit der Inzucht und dem Inzest. Ähm, äh, also sie, sie kommen sich näher und sie sagt dann, ja, sie ist ja kein Kind mehr und, äh, dann küssen sie sich, es kommt das eine zum anderen, man merkt auch, dass sie sich wirklich nach all den Jahren immer noch zu ihm hingezogen fühlt. Und er ist ja auch schließlich um keinen Tag gealtert, kann man nur noch mal sagen. Auch noch mal interessant im Hinblick auf, äh, ähm, das, was ich gerade meinte zum Making-of, ähm, die ersten Bilder, die man gesehen hat, damals von der Serie, die waren von, äh, aus der Szene hier auch, äh, seltsamerweise waren die aber im Sonnenlicht. Ja. Ich, ich glaub, die legen da immer irgendwie so ein Filter drüber, oder? Ja, ja. Ich hab so den Anschein gehabt, dass die, sie haben die schon bei Tageslicht gedreht, ja, ja. Ja, ja, aber, aber es, äh, trotzdem sehr stimmungsvoll, auch wenn es, ich weiß nicht, ja gut, ich hab's halt nur auf den Laptop gucken können, es ist schon sehr dunkel, ne? Ich musste auch, ich musste auch kurz die Helligkeit hochstellen, muss ich ehrlich sagen, aber das musste ich schon vorher bei Aegon, weil ich erst gar nicht erkannt hab, wen, äh, Otto denn da jetzt weckt. Okay, es ist jemand mit weißen Haaren. Okay, da fallen schon mal, da fallen schon mal ein paar raus, aber dann, ach so, das ist Aegon, okay. Ich hab's mir angedacht, ich hab mir angedacht, wer sitzt denn da von den ganzen Blondhaarigen und nachdem wir den aber so unsamt geweckt haben, haben wir gesagt, okay, das kann nur der besoffene Sel. Ja, na gut, aber, also ihre Beziehung ist zumindest eine, die wirklich seit Folge 1 an aufgebaut wird. Mhm. Das ist wirklich was, was in den vielen Szenen zwischen den beiden immer wieder kommt, ja? Die Szene, also ich fand es ja immer faszinierend, diese Verbindung zwischen, ähm, oder diese Beziehung zwischen ihr und ihrem Onkel, weil die, ich hab die immer nicht so ganz verstanden, weil Damon ist ja wirklich kein, kein einfacher Charakter und nicht immer unbedingt ein netter Charakter, gut, also, aber die hatten eben eine spezielle Beziehung und ich glaub schon auch, dass es sich um sie kümmern wollte oder ihnen nur ihr Bestes wollte. Und deswegen, also jetzt die Frage, die, diese, diese Zuwendung, kam die für euch jetzt dann doch wieder ein bisschen schnell oder ist es vielleicht so wieder dieser Gefühls-Cocktail zwischen, ich hab den Verlust, ich brauch jemanden oder so? Ja, nee, also da passte es gut rein und es war ja schon, äh, wenn man sich zum Beispiel an dieses Hochzeitschaos da erinnert in, in Folge 5, da hatte sie ihn ja auch schon wieder gefordert von wegen, ja, nehm ich doch mit und, und mach mich zu deiner zweiten Ehefrau. Ja, aber da, dazwischen lag ja dann die Beziehung mit, mit der Haaren. Ja, und die drei Kinder und die zehn Jahre und so weiter, also, ich muss sagen, wo die Folge, wo diese Szene begonnen hat, hab ich nicht mit dem Ende so gerechnet, also, wirklich nicht. Also, ich hätt nicht gedacht, dass es wieder so weit kommt, wie in der einen Folge, wo er sich da in diese Straße, Gasse geführt hat, ja. Was man, was man da vor allem noch sagen muss, äh, Paul, du hattest es ja gerade schon gemeint, dass es irgendwie, oder, Theresa, ich weiß nicht, äh, für euch war's, glaub ich, ein bisschen komisch, äh, äh, dass, äh, dass sie halt deutlich älter aussieht und er halt wie vorher oder sie älter wirkt als er. Ja, und dann ist mir auch mal so bewusst geworden, das ist ja die erste Szene wirklich, die man zwischen Emma Darcy und, und, äh, Matt Smith hat und ich muss sagen, ich finde, die haben von, auf Anhieb eine großartige Chemie, also, ich, ich musste mich wirklich dran erinnern, ach ja, stimmt, vorher, vorher alles war ja mit Millie Alcock und das fiel mir erst im Nachhinein ein. Das stimmt, also, ich finde, das passt, passt sehr gut, diese, diese Beziehung greifen die beiden sehr gut auf. Das liegt aber auch daran, dass Emma Darcy auch, äh, großartig besetzt ist, also, ich weiß, äh, hattet ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, dass die, dass die letzte Folge, also, die sechs ja durchaus umstritten ist, weil viele irgendwie mit den neuen Darstellerinnen nicht warm werden, äh, kann ich persönlich nicht nachvollziehen, ja. Nö, kann ich jetzt nicht, also, ich finde, ich finde die alle gut, ähm, gut neu besetzt, sage ich jetzt mal, die zehn Jahre älteren ich's. Ja. Ja, und diese werden uns ja jetzt auch so nochmal, nochmal länger begleiten. Das ist dann wirklich, wir sehen hier den Prolog und in dem Sinne kann ich vielleicht rückblickend so ein bisschen sagen, ich weiß nicht, ob dann so, 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 so Story-Schnitzer, die sind echt, die stoßen bei den Folgen, mir zumindest stoßen die echt, mir stoßen die ins Gesicht und sage, oh Mann, warum? Aber vielleicht so dann im Ganzen betrachtet, wenn wir in, weiß ich nicht, ein paar Jahren dann vielleicht über noch mehr Staffeln reden, dann fallen die vielleicht überhaupt nicht mehr ins Gewicht. Ja, äh, mal sehen, wie wir das bewerten. Was mir bei der Szene noch aufgefallen ist, wenn man jetzt mal beide Szenen vergleicht mit Folge 4 und diese Szene, diese Annäherung und diese, worauf es dann letztendlich hinausläuft. Erstmal gehen sie ja dann hier ein deutliches Stück noch weiter als letzte, also als in Folge 4, wo Damon dann irgendwann gesagt hat, nope, stopp und verschwindet. Und hier ist es kein Kampf mehr, Dom, du hattest das das letzte Mal so gesagt, das ist diesmal kein Aufbäumen, kein Wettbewerb, kein Sog mehr, das ist, also ich hatte schon das Gefühl, dass sich Rhaenyra hier eher in, das klingt jetzt doof, in ihre Rolle fügt. Also sie ist eher diejenige, die sich dann in Daimons Hände begibt und nicht mehr, also natürlich, sie stößt das Ganze so ein bisschen an, sie ist ja auch eigentlich die, die sich so ein bisschen nähert, aber dann, sobald es zum Akt kommt, ist sie eigentlich diejenige, die das erstmal aus der Hand gibt. Ja, man muss natürlich damit einbeziehen, dass sie in der vierten Folge, dass das ja ihre allererste romantische Erfahrung ist oder erotische Erfahrung und da ist natürlich, also dann auch später im Wechselspiel mit Zerkriston, da ist sie ja wirklich so, also ja wortwörtlich verspielt noch irgendwie, will ihre Grenzen austesten und gibt sich dann ja auch dominant gegenüber ihrem Onkel in diesem Bordell und das stößt ihn dann ja ab. Und hier sind sie jetzt irgendwie, sie sind natürlich auch dadurch auf Augenhöhe, weil sie sind im Grunde genommen beide verwitwet, beide frisch verwitwet und irgendwie auf einem Level, sie kommunizieren da irgendwie anders, sie haben jetzt auch beide eine Ehe geführt, die mehr oder weniger dann glücklos oder nicht war. Sie hatten auch beide. Und sie haben beide Affären gehabt. Genau, genau, also das passt schon gut, dass sie hier zueinander finden. Ähm, ich find's auch erneut, äh, ich weiß, Paul, du willst mir da wieder widersprechen, aber, äh, das hier war wirklich, äh, dezent und schmack, äh, 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 geschmackvoll inszeniert, wie ich fand. Also fand ich in der vierten Folge auch schon, äh, aber da hat man halt gemerkt, da war wirklich eine weibliche Handschrift, wobei die hier auch so ein bisschen reingeht. Also, äh, äh, das fällt mir so generell bei den ganzen Sexszenen in der, in der Serie auf, ob's jetzt in der vierten oder eben in dieser Folge ist, dass es mehr um das, um das Fühlen und Erleben als jetzt um den eigentlichen Akt geht. Gut, ich muss jetzt dazu sagen, dass ich in dieser Szene, dass es mir da wirklich zu dunkel war jetzt. Also, davon hab ich tatsächlich gar nicht, äh, so viel gesehen, nur dass, ja, wie gesagt, also, dass, dass auch von der Bildsparte, dass Damon jetzt schon größer inszeniert wird, ähm, er ist von der Bildsparte so. Ja, er nimmt den dominanten Part jetzt ein, ne? Ja. Ja. Genau. Gut. Kommen wir jetzt schon zu den Drachen? Ja, bitte! Endlich! Endlich! Äh, ich hab ja ... Theresia macht auf wie der Drache. Ich hab ja erst gedacht, äh, Eamon streicht dort herum und, ach Gott, jetzt, jetzt, jetzt sieht er sie wie, also, wir kriegen jetzt so einen, so einen Bran-Moment, wo er die beiden beobachtet. Dachte ich auch ganz kurz. Ja, 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 die so. Und ich war erst so, ach, nö, bitte nicht. Aber dann war auch wieder diese, diese, diese Drachen-Geräusche und ich war mir, nee, macht, ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Nein, natürlich, der interessiert sich auch gar nicht dafür, ist dem ja eigentlich vollkommen egal aus seiner Sicht. Der hat ja auch vorhin schon gesagt, dass er damit kein Problem hat. Ähm, und natürlich sind's immer noch die Drachen, die ihn so faszinieren. Und, ja, meine Güte, also der schleicht sich da weg und nähert sich diesem riesigen Drachen, dass ich sag, oh, ey, der, ja, Respekt. Ich finde, dass er ja vorher wirklich sehr wenig Erfahrung hat mit, mit Drachen, dass er sich genau, also dann diesen riesen Drachen da aussucht. Das ist ja nicht nur irgendeiner, ne, es ist ja, es ist ja wieder erneut hier Varga oder Vega, also wirklich dieses, dieses Riesenvieh, das ist ja wirklich, das ist ja einer der drei Ursprungsdrachen, das darf man nie vergessen. Das ist der, äh, einer, einer von denen, auf denen, äh, Aegon, äh, zusammen mit seinen Schwestergemalen Westeros erobert hat. Und man sieht auch, dass der schon älter ist und auch ein bisschen, ich sag mal, fülliger und, äh, äh, auch in Hinblick auf letzte Woche. Mhm. Also wer an dem CGI jetzt hier noch umkrittelt von dem Viech, dem kann ich echt nicht mehr helfen, weil das sieht grandios aus. Es ist Nacht, gib mir einfach alle Drachenszenen bei Nacht, weil das sah wirklich, das fand ich auch, das sah ganz große Klasse aus. Wahnsinn. Auch schön wieder die Parallele zu letzter Woche, letzte Woche ist er in die Drachengrube geschlichen da und dann hat er, äh, der Drache mal richtig Feuer gegeben und ist darauf ganz schnell wieder hochgerannt. Hier, ja, Vega guckt ihn auch so ein bisschen an und man sieht ja auch schon das Feuer ein bisschen, äh, grollen, aber dann besänftigt Eamon ihn ja auch oder er, er, er befiehlt ihn, er sagt. Ja, ja, er hat sich wahrscheinlich einiges bei diesem, er hat sich wahrscheinlich einiges bei diesem, äh, Trainer da abgeguckt, ne, in der, in der Drachengrube. Ja, und jetzt, 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 jetzt findet er den Mut, das auch so zu sagen, nicht nur wie letzte Folge mal kurz gucken, äh, sondern er sagt jetzt hier auch wirklich was und er geht noch weiter. Er, er klimmt den Drachen und fliegt mit ihm fort und ich meine, gut, also der Drache hebt dann auch ab und man sieht, dass es vielleicht sein erstes Mal ist, dass er wirklich auf so einem riesigen, äh, Drachen sitzt und er gar nicht weiß, er hängt eigentlich stellenweise nur mit letzter Kraft, äh, da noch dran, aber irgendwann schwingt er sich dann rauf, kann sich richtig hinsetzen und, also ich hab's ihm an der Stelle schon ein bisschen gegönnt, auch wenn's saugefährlich war. Ich auch vor allen Dingen, weil ihn ja halt, da sein, sein Bruder und seine Cousins, da, dann erst mal so, so geärgert haben und so gehänselt haben, dass er eben noch keinen Drachen hat und ihm ja da dieses Schwein geschenkt haben. Ja. Also ich hab's mir dann auch, äh, ich hab's ihm dann auch irgendwie, in dem Moment hab ich mich für ihn irgendwie noch gefreut. Ja, man hatte ja auch in der letzten Folge mit der Nummer mit dem Schwein, hatte man ja auch irgendwie Mitleid mit ihm, ne? Da war ja auch eine durchaus schöne Szene, äh, mit seiner Mutter, wo die ihn erst zur Sau macht und dann, äh, zur Sau macht und, äh, und, äh, und dann in die Arme schließt. Und, äh, nee, ich hab ihm das auch gegönnt, äh, ich weiß nicht, musste, musste noch einer irgendwie an Harry Potter und den, den Ritt auf dem Hypo greif denken? Nee, also jetzt, weißt du, ich bin die letzten, ich bin die letzten Folgen mit Harry Potter Referenzen gekommen, hier diesmal nicht, nee. Ja, ja, äh, dafür kam ich in der ersten Besprechung mal mit Disney-Referenzen, ist ja schon mal eine Entwicklung. Äh, nee, fand ich, fand ich ganz großartig, also wirklich visuell, also, also es tut mir leid, aber alle anderen Serien können nach Hause gehen mit Drachen, weil das ist hier wirklich das, also mit, mit der Szene wird die Serie wirklich dem Dragon in House of the Dragon wirklich, wirklich gerecht und, ähm, da, äh, jetzt, jetzt kann ich endlich mal die Musikkeule schwingen hier. Ja, Javadi, äh, äh, arbeitet hier ganz großartig, indem er halt neue Themen mit alten vermischt, also hier ist eindeutig Material von, äh, Daenerys Targaryen, äh, drin oder eben von, äh, von Flügen mit Drogon und das ist hier, ist ja auch ähnlich, eindrucksvoll, also wie, wie er dann die Flügel über die, das ruhige Wasser schweifen lässt, wie das auch Drogon getan hat zum Beispiel, also auch unter derselben Regie von Zapotschnik, also, großartig, man, man spürt auch richtig, wie dieser Junge immer mehr, äh, äh, Selbstsicherheit fasst in der Szene und dann, ja, gut, es mündet dann schon in Hochmut. Ja. Ähm, aber wirklich, also, das, das ist, glaube ich, meine Lieblingsdrachenszene jetzt schon, äh, aus dieser Serie. Großartig, wirklich. Mhm. Das, das nächtliche Treiben bleibt natürlich nicht unbemerkt, äh, die Töchter von Lena sind, äh, die es als erstes so ein bisschen bemerken, die wecken dann auch Jasiris auf und sagen, guck mal, jemand hat Veiga geklaut, Veiga gestohlen, ähm, und auch, äh, Rennura und Damon, die sehen das nach ihrem, ja, nach ihrem, nach ihrem, nach ihrem, nach ihrer gemeinsamen, äh, nach ihrer gemeinsamen Nacht, äh, sehen sie das auch. Hächtel, Mächtel. Und sie fragen sich natürlich auch, wer, wer, wer ist da draußen? Und wir sehen dann auch einen sehr, sehr stolzen und sehr, sehr übermütigen Eamon da wieder von dem Drachen steigen. Und jetzt kommen wir zur großen Schlägerei der Folge. Mhm. Äh. Gewalt und Blut und Drachen. Ja. Eamon deigt von dem Drachen und sagt frei heraus, dass Veiga ja jetzt seinen neuen Reiter gefunden hat. Oder auserwählt hat. Und er trifft dann als erstes auf die Töchter, die da mit Jasiris und Lucerys, äh, auch plötzlich wieder da stehen, wo ich mich frage, äh, wo sind die Wachen? Wo sind, also interessiert das keinen, dass die, dass die Erben da einfach durch die Gänge marschieren und da, ja, nach Pausen gehen? Ja, äh, du, du, du musst bedenken, dass der Kristen Cole hat, äh, Nachtwache. Ja, aber ich dachte, das ist, das war eher so, also bei Alicent hat der Nachtwache. Und, also ich meine, es kann doch nicht sein, dass nur ein Wachmann da steht. Es ist nicht nur einer da, es gibt ja noch mehr. Nein, 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 da kommt ja dann auch später Sir Harold. Ja, hat ein bisschen gedauert, ne? Ja, der ist auch nicht mehr so jung, also bitte, der, der, äh, ist auch schon 13 Jahre älter als in der ersten Folge und schon da war er alt. Also bitte, ja. Ähm, ähm, ja, jedenfalls. Und der Baristan Selmy lebt noch nicht, ja. Ja, jedenfalls großes Entsetzen, äh, bei den Töchtern. Es fliegen einige Ohrfeigen, ich hab nicht mitgeguckt, wer da, also jeder kriegt, glaub ich, mal eine ab. Äh, es wird geschubst, äh, und das Ende dann, also beziehungsweise in, in der Mitte ist es dann so, dass drei oder vier von den, also die Töchter von Lena und auch die Töchter, äh, die Söhne von Rhaenyra. Schöne. Auf Eamon einschlagen, der da in der Unterzahl ist, doch, äh, sich trotzdem, äh, zu behaupten schafft und, oh, also, äh, alles, was sich da aufgestaut hat in ihm durch, das Ärgern vielleicht der Cousins und zusätzlich dadurch zu diesem Adrenalinschub, den er vielleicht hat durch den Drachenritt, das bricht aus ihm heraus und die Sache eskaliert, Eamon packt da einen Stein, einer von Rhaenyra's Kindern hat da ein Messer dabei, äh. Und, äh, hatte nicht, hatte nicht, aber zuerst, ähm, Eamon das Messer gezogen? Nein, 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 Eamon hat einen Stein und, äh, einer von Rhaenyra's Söhnen hat, hat einen Dolch, den er dann zieht. Äh, vor allem eskaliert das ja, das hast du, hattest du das gesagt, das eskaliert ja vor allem, weil, also, es geht ja darum, dass, äh, die, die Töchter erheben ja eigentlich den Anspruch auf, auf, äh, auf den Drachen ihrer verstorbenen Mutter. Und, und, äh, dann provoziert, äh, äh, Eamon die und da, das ist dann auch so bezeichnet, der sagt dann von wegen, ja, vielleicht finden sie ja ein Schwein für dich zum Reiten, das würde besser zu dir passen. Also, da merkt man, der, äh, zahlt das mit barer Münze wieder zurück und dann eskaliert es aber völlig, als er, ähm, offen ausspricht, dass, äh, Rhaenyra's Söhne ja Bastarde sind. Genau, und Jess Saris, der wusste das ja, beziehungsweise hat er ja schon letzte Folge gesagt, äh, aber der, der, der Jüngste, der hat's, der hat's noch nicht mitbekommen, sagt Eamon ja auch und daraufhin eskaliert's völlig, äh, und das Ende vom Lied ist, ich weiß gar nicht, wer, ob's Lucaris ist, der ihm da mit dem, äh, ich glaub, der Jüngere fährt ihm dann einmal mit dem Messer durchs Gesicht, äh, äh, und dann ist auch endlich mal ne Wache da, dann ist auch, weißt du, dann, dann ist, die haben sich da schon die ganze Zeit hier Ohrfeigen gegeben und, es war Teamwork irgendwie von den Brüdern, also der eine, glaub ich, hat den Sand geschmissen und der andere das Messer. Genau, richtig. Eamon verliert ein Auge, also ihm wird er wirklich, äh, also, Tyrion hat er ja Glück gehabt, ne, in der Schlacht von Schwarzwasser da. Oh ja. Äh, auch wenn man da erst für mich dachte, sein Schädel ist gespalten, ne, im Moment. Ähm, ja. Aber hier, das ist wirklich, uff, aber dann ist auch der Herr Westerling zur Stelle und... Besser später als nie. Ja, also ein bisschen, ein bisschen eher, habt doch mal die Kinder... Sind nicht die besten Wachen hier. Dass sich da aber, also wirklich, dass sich da keiner drum schert, dass die Erben oder was auch immer, dass die da brei herumlaufen, dass auch Cole ist und, und Rain ist, so, pff, ja, die, die schlafen schon. Ich mein, das hat ja vorher schon keiner interessiert, dass da irgendjemand mit dem Drachen fliegt, das haben ja ab, dass die Kinder mitgekriegt. Ja. Es ist auch... Also, da haben ja alle irgendwie schon geschlafen. Es ist auch auffällig, dass es sehr viel diesmal von den Erben und von den Nachfolgern ausgeht und gar nicht so sehr, und erst, also, und erst deren Aktionen, die bringen das fast zum Überlaufen. Ja, man merkt halt, dass sie irgendwo dann auch eine Fackel übergeben wird, ne, ähnlich wie in Game of Thrones. Ja, oder vor allen Dingen, also, die ganzen Kinder werden halt in diese ganze Stadt herein ja auch schon mit Nail gerissen. Also, das war ja schon die Folgen davor immer, wo dann auch die, wo er auch Alicent da eben ihrem ältesten Sohn sagte, dass er ja eigentlich auch Anspruch auf den Thron hat und deswegen gefährlich ist für die Kinder von der anderen und so weiter. Also, die werden ja schon... Ja, dem wird das eingehen. ...kriegen den Druck da schon ab. Der schläft seinen Rausch aus. Ja. Ich hatte nachher aber, also, jetzt kommen dann nachher die Szene, wo die dann ja alle da beim König sind. Es hatte was vom Schuldirektor, wo dann alle Kinder und die Eltern antreten müssen. Ja, von so einem Elterngespräch. Mich hat so ein bisschen an so einen Whodunit erinnert, so, also, bis auf, dass wir wussten, was passiert ist, aber es hätte auch eins, also, wir müssen jetzt rausfinden, wer der Täter ist, äh, hatte das so Rhymes. Oder vielleicht auch so ein bisschen, äh, aus Staffel 1 von Game of Thrones, da, wo Arya, äh, genau, wo Arya Joffrey angreift, wo es ja auch dann diese Unterredung gibt. Also... Ja, und das ist auch ähnlich, wie sich Elmond, also, Elmond verhält sich schon ähnlich gehässig dann auch wie Joffrey, äh... Oh, und das war, und dann hab ich mir gedacht, boah, ey, ich hab's dir gerade so ein bisschen gegönnt, ja. Also, ich hab's dir ja gerade, du hast schon, ich hab schon gemerkt, dass du was durchmachst hier. Aber dass er dann wirklich so überwältigt davon ist und wirklich dann so hochmütig und so... Ja, der fühlt sich mächtig. Ja. Der fühlt sich mächtig. Ja, gut, ich muss sagen, ich hab, ich hab dann schon wieder meine, was heißt, meine Sympathien verloren, aber das, was ich ihm vorher gegönnt hab, hab ich dann schon wieder verloren gehabt, als er angefangen, hat hier seine Cousinen zu schlagen. Ja. Ja. Ja, so ist es halt, ne, bei der Serie. Ja, gut, wir kommen wirklich zum, ah, dichter und auch angespannter konnte die Luft, glaub ich, gar nicht mehr sein in diesem Fall. Nein, nein. Äh, die Stimmung war echt die Herze, ja. Ja, jetzt zu schneiden können. Ich hab mich wirklich bei diesen Szenen so gefreut, weil ich gedacht hab, ach, cool, ihr schafft es, diese ganze Aussprache. Es beginnt mit Viserys, der außer sich ist und berechtigterweise fragt, wo denn die Wachen waren, wo überhaupt irgendjemand war. Also, beziehungsweise, man sieht erst die Folgen, äh, dass Aegon wirklich sein, äh, dass Aemond wirklich sein Auge verloren hat. Ähm, wobei man hier zu den, Entschuldigung, hier zu den Wachen sollte man noch ergänzen, dass, äh, also Kristen Cole, der ja Wachdienst hatte unter anderem, äh, der lenkt dann ja ein, ja, also, also, Viserys sagt ja von wegen, ja, ihr habt doch hier alle Eide geschworen, was ist denn los mit euch? Und er sagt dann, naja, also, die Königsgarde musste noch nie Prinzen vor Prinzen beschützen. Ja, aber das ist, also, das hab ich ihm auch nicht, das hab, also, selbst... Nee, das wirkte auch vorgeschoben. Und es müssen ja auch... Darf nicht vergessen, wie der drauf ist. Und es müssen ja auch, Lord Corlys muss doch auch irgendwelche Wachen haben. Also, die waren ja dann auch draußen, die müssten ja rausgegangen sein. Also, ich würd ja meine Eingänge irgendwie bewachen lassen, oder? Na, keine Ahnung. Ähm. Es war ein bisschen seltsam. Äh, aber jedenfalls, ah, Viserys total außer sich, dann ist es, ich find's so schön, wie dann alle so hinzustoßen. Dann Rhaenys und Corlys kommen ganz aufgelöst dazu, was ist passiert. Aegon kommt zu spät. Ja. Äh, und dann auch Rhaenyra und Daemon auch schön so, so ganz zufällig kommen die beiden zusammen. Und Daemon schleicht auch so im Hintergrund so, ah, was ist, was ist hier jetzt los? Und jeder beschuldigt jeden und, und dann ist es tatsächlich nochmal wie Ceres, der ein Machtwort spricht und sagt jetzt so, jetzt ist Ruhe und jetzt, und da hab ich mir gedacht, ach, guck mal, jetzt kriegst du doch noch was zu tun auf deine alten Tage, jetzt kannst du. Ja, er ist der König. Ja. Er ist der König. Ah, und also wirklich diese Szene, toll. Da war er dann durchaus bedrohlich, wo er dann so auf seine Söhne, ähm, ähm, gefordert hat, ich will jetzt hier die Wahrheit wissen, von wem habt ihr das alles? Ja, ja, das ist, äh, also, ich, ich meine, in der nächsten Folge wird er dann ja wahrscheinlich so langsam mal über die Wupper gehen. Es wäre so geil, wenn er die ganze Zeit einfach nur da ist und immer, ah. Der ist noch in Staffel 2 dabei. Ich bin, ich sitz immer noch hier. Aber der ist ja, nee, also, äh, in der Szene, das, ähm, kann ich auch nochmal sagen, dass, äh, was, was du, äh, bei der fünften Folge gemeint hatte, hier kommt wirklich durch, er ist der König. Und wenn der ein Machtwort spricht, dann ist es auch wirklich ruhig. Das ist auch wieder ähnlich wie in dieser Schenke hier mit, oder nee, nee, nicht in der Schenke, sondern nachdem, äh, Jamie Lannister und, und Ned Stark sich da miteinander angelegt haben. Mhm. Und sich dann, und sich dann, äh, Cersei und, und Ned Stark, äh, 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 dann direkt als, als Ned Stark da zu sich kommt mit seinem Bein, als sie sich dann direkt irgendwie Anschuldigungen an den Kopf werfen und dann haut Robert auch dazwischen, ne? Äh, äh, und, und, äh, fährt dann auch seiner Frau ordentlich über den Mund. Also, ähm, diese Szene, das ist ja wirklich der Gipfel von so einem, von so einem Kammerspiel, weil so viele Spannungen hier zwischen den verschiedensten Figuren herrschen und auch jeder Viserys, der in seiner Illusion lebt, äh, Rhaenyra, Alicent, es ist so viel Potenzial da. Und es ist, also, wie sie, wie sie ausgestaltet ist, fand ich auch große Klasse, weil es kommt jetzt hier nicht zum Riesenblutbad oder was, aber es kommt trotzdem zu Szenen, die sich entladen, wo ich gedacht hab, boah, das, was, was hier grad gezeigt wird, das ist stark. Ähm, also, wenn, 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 wenn die Blicke, äh, hätten töten können, dann wär das hier das reinzumachen gewesen, das muss man sagen. Diese Dynamik, die sich da entwickelt zwischen den ganzen Beteiligten, die da rumstehen, die fand ich auch wieder sehr, äh, glaubhaft. Ähm, Otto, muss ich sagen, er war wieder nur da, um in der Gegend herumzustahnen, ein bisschen. Oh, der ist aber wichtig in der Szene. Ja. Doch, 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 doch. Aber, ähm, also, auf jeden Fall, ähm, wie du schon richtig sagst, der, der Konflikt, der schaukelt sich halt schön hoch, ne? Also, erst die Beleidigung, äh, äh, oder die, die gegenseitigen Anschuldigungen und dann steht eben diese harte Beleidigung oder, oder Unterstellung von wegen, die Kinder sind Bastarde, also Rhaenyraß. Und darüber geraten dann Alicent und Rhaenyra aneinander und da sieht man halt wirklich, die Kinder sind eigentlich nur, also, klar, die hatten den Konflikt, aber in Wahrheit brodelt es bei den Müttern, ne? Mhm. Das, also, jedes Mal, wenn die Kinder aneinander geraten, dann steht das eigentlich Pate für die, für die Eltern. Ja, na klar. Und die Kinder tragen es so gesehen für die auch. Und aber letzte Woche war es ja dann doch noch so, dass sie so sich ein bisschen gegen Aemon verbünden oder so, ich meine, Chris Cole hat sie dann so ein bisschen aufeinander gehetzt während des Trainings, aber es war noch, ach, es war noch, es ist noch nicht so eskaliert wie hier. Und jetzt sind wirklich, die stehen sich ja dann am Ende dieser Szene auch wirklich gegenüber, wie die Avengers bei Civil War, ja? Ja, ja, ja. Also, es ist wirklich, jetzt kommt gleich, und dann rennen sie aufeinander los. Ähm, es ist, es ist, es ist, jeder Satz sitzt in dieser Szene, auch jeder Charakterzug. Und Viserys, der sich da wirklich, äh, wer hat das gesagt, wer, woher habt ihr das, wer, und dann sagt Aegon nur von der Seite, we know, everyone knows. Ja, ja. Und das Drift mag auch. Es ist ja wirklich so, also, jeder weiß es, und er weiß es im Grunde auch, er gibt's halt nur nicht zu. Ja, und Alicent fährt hier auch richtig harte Geschütze auf, ne? Ja, sieh, hier geht's sprichwörtlich Auge um Auge, hahaha. Ja, richtig, richtig, Auge um Auge, Zahn um Zahn, äh, äh, ja, weiß ich nicht, Zähne haben sie ja nicht rausgeschlagen, aber, äh, also, erst mal fängt sie ja schon damit an, äh, von wegen hier, Luke hat, hat ihrem Sohn aufgelauert und wollte ihn töten mit nem Dolch. Und, äh, also, das ist ja schon wirklich, äh, ich mein, der Vorwurf von Rhaenyra von wegen Bastarde ist halt auch echt schwerwiegend in, äh, äh, diesem, äh, gesellschaftlichen Metier alleine schon. Aber Alicent bezichtigt ja hier wirklich schon fast des versuchten Mordes. Und Eamon, äh, äh, Eamon grinst sich irgendwie, äh, äh, mit seinem einen Auge dämlich ein währenddessen. Und, äh, es heißt dann schon, die ganze Aussage zu tätigen, dass die Kinder Bastarde sein, das ist eigentlich schon Hochverrat. Und, äh, Viserys ist dann wirklich, der, der ist so hinterher und geht wirklich von einem zum nächsten, von wegen, von wem kommt diese Lüge? Na? Und, äh, Eamon. Also, das Gefühl, als, als Eamon, ähm, wo, wo, wo sein Vater fragt, äh, wo der Vater Eamon fragt, woher hast du das? Das, das, er schaut so zur Mutter, so quasi, ähm, ja, ich hab's von ihr. Ja, ja, ja. Und dann ja aber so der, ja, Egon war's. Ja, genau. Und Alicent spielt es dann aber, äh, als, als der Verdacht dann plötzlich auf sie fällt, spielt sie es irgendwie runter mit, ja, ach, die Jungs haben das irgendwie mal, weiß ich nicht, im, im, im Eifer des Gefechts beim, 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 hier beim Kampftraining oder was, haben die das mal irgendwo aufgeschnappt? Oder so, es ist nicht ernst zu nehmen, ne? Und dann, äh, ähm, heißt es irgendwie, dass, dass, dass Leanor irgendwie dazukommen soll? Stimmt. Und, und, und Alicent, Alicent schmeißt dann wirklich noch so richtig gehässig in den Raum, von wegen, ja, er vergnügt sich ja wahrscheinlich gerade irgendwie mit seinem Lustknaben, ne? Also, boah, die ist wirklich dermaßen gehässig hier und wirklich, also nochmal ganz großes Lob an, äh, Olivia Cooke, aber so oder so an beide, äh, Damen hier, also auch Emma Darcy für, für diese ganze Szene eigentlich. Ja, es sind den beiden gehört diese Szene, wie als sie, ja, letzte Woche standen sie beide aufrecht, äh, im kleinen Rad und hier stehen sie sich jetzt auch aufrecht dann gegenüber, ja, wirklich. Ja. Mit erhobenem, mit erhobenem Dolch, nicht irgendeinem Dolch, sondern dem Dolch von Viserys, den, äh, Alicent eiskalt ihm einfach abknöpft, nachdem, äh, genau, nachdem sie ja fordert, äh, äh, einem der beiden Söhne ein Auge zu nehmen. Ähm, äh, Ser Christon sich da aber zurückhält und sagt, ne, ich bin hier zum Schutz da. Ähm, das ist, das ist auch so zynisch von Alicent, von wegen, ja, wenn der, wenn, wenn der König es nicht will, dann sagt es jetzt die Königin, Ser Christon holt mir sein Auge, ihr könnt euch auch aussuchen, welches, äh, mein Sohn hatte ja nicht mal diese Wahl, ne? Also, boah. Und dann, und dann, genau, und dann trifft, äh, dann will sie es selber in die Hand nehmen, sagen wir so, äh, greift sich da den, den Dolch, äh, und. Wo eigentlich schon, das muss man sagen, da ist eigentlich schon ein Machtwort gesprochen von Viserys, ne? Ich würd's, ich würd's auch grad sagen, weil da, da, da wurde dann das Thema eigentlich ein für alle Mal erledigt, so in der Art, ähm, die Kinder sind legitim und so weiter, also da darf nicht mehr drüber geredet werden, weil jeder, der das dann tut, dem wird die Zunge abgeschnitten. Also, da war ja eigentlich diese Diskussion, ähm, schon beendet und er hat quasi zu seiner Tochter gestanden. Und er sagt auch, äh, wirklich ganz klar, also da merkst du nochmal, wie der sich wirklich in seiner Machtposition aufbäumt. Und er als Vater, Großvater und König verlangt es von allen Anwesenden, dass da nicht mehr drüber geredet wird, ansonsten, äh, Zunge raus. Und dann wollen die sich eigentlich schon zurückziehen und dann ergreift halt Alicent, äh, die, die Gelegenheit beim Schopfe, weil wir wissen ja, Viserys trägt ja irgendwie dann auch so ein bisschen sentimental immer diesen valyrischen Dolch mit sich herum. Ne, weil er ja irgendwie, der, der, der steht ja auch für Bestimmungen und so weiter, da ist ja auch die, 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 äh, hier diese, diese Prophezeiung, äh, 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 nicht, nicht eingraviert, aber sie ist auf jeden Fall auf der Klinge. Äh, Herr der Ringe lässt grüßen. Und Alicent will es in die eigene Hand nehmen, wortwörtlich, äh, und sich das Auge holen. Und dann geht aber natürlich die Mutter, äh, dazwischen, die stehen sich dann beide wirklich gegenüber wie so Löwinnen im Cave. Ich war, ich war richtig erschrocken, als ich da das, den Dolchen, ich hab gedacht, oh Gott, was geht hier jetzt los? Also ich hab erst gedacht, das war schon eine schöne, das ist schon eine schöne Eskalation dieses Konfliktes eben ohne Blutbad. Ich hab aber gesagt, oh bitte, jetzt lass dich komplett eskalieren, was geht hier los? Aber ich finde mit dieser wirklich Gegenüberstellung, und das meinte ich ja gerade von diesen beiden, von Alicent und Renderer. Eigentlich hätte man die Folge auch nochmal die Prinzessin und die Königin nennen können. Das fiel mir auch ein. Ja, ja. Und das ist auch so, wie Damon da ganz galant, äh, den Herr Kraut zurückhält, so von wegen, lass die beiden mal machen. Lass die beiden mal, der will ja da. Let the games begin. Ja, der will sie da so. Und diese Konfrontation ist nochmal wirklich sehr intensiv zwischen den beiden. Man sieht auch einmal den, den Dolch, äh, und dann das Feuer im Hintergrund, das fand ich auch ein sehr schönes Bild. Mhm. Und, ah. Vor allem reden sie da ja dann von Pflicht und, und, und hier für, für das Reich und so, ne? Ja, das ist ja, also in, in, das ist kein Zufall, dass das zu hören ist, während der Dolch wirklich eine Großaufnahme ist, glaube ich, dann auch vor Rhaenyras Gesicht. Und, ja, Rhaenyra schafft es dann eigentlich fast schon Alicent wirklich fast schon zu demaskieren, weil sie sagt dann irgendwie, ja, Alicent, du bist jetzt endgültig zu weit gegangen. Und sie sagt dann, ja, aber was habe ich denn getan? Ich habe doch nur das getan, was von mir erwartet wurde. Also Alicent, also im Hinblick auf ihren Vater auch nochmal interessant. Und dann merkt man halt, dass die wirklich sich, sich einfach nur, äh, also, dieser Konflikt, der köchelt so lange zwischen denen. Und man merkt auch, was Alicent mittlerweile wirklich für einen heiß siedelnden Hass auf Rhaenyra hat. Und das ist wirklich richtig, also, ich muss ganz ehrlich sagen, also, spätestens mit der Folge, ja, habe ich vergessen, dass Emma Darcy, äh, hier erst zum zweiten Mal, äh, zu sehen ist. Oder dass, dass, dass beide hier zum, zum, äh, zum zweiten Mal eigentlich erst so wirklich gemeinsame Szenen haben in der Serie. Ja, ja. Gewonnen. Und dann baut sich das Ganze so ein bisschen ab, beziehungsweise dann formiert sich das, was ich vorhin schon mal mit dieser Civil War, äh, Metaphorik da versucht habe auszudrücken, dass man wirklich das Bild ab, die Teams, in Anführungszeichen, sieht, die sich da jetzt gegenübersteht. Und ich sag mal so, also, äh, Alicent hat jetzt nicht so die tollen Charaktere hinter sich stehen. Aber, aber, das ist, äh, weil du ja meintest, Otto steht nur in der Szene rum. Ähm. Ja, der hat jetzt folgend ne, ne schöne Szene mit. Die Folgeszene war gut, aber ich glaube, jetzt sind der, wer jetzt mit Annegroß. Ja, er hat es halt beobachtet. Ja, er hat es beobachtet, aber da muss man so auf seine Reaktion achten. Erstens, als er, also, er, äh, äh, weist ja dann auch seine Tochter tatsächlich zurück, von wegen, sie soll die Klinge fallen lassen. Und, äh, 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 als dann Aemon das sagt, äh, mit dem, von wegen, das mit dem Auge für den Drachen war es das wert, da ist Otto, also, also, da gibt's halt so ne Einstellung, wo Otto irgendwie sehr überrascht und beeindruckt wirkt. Ja, das setzt sich ja dann fort, ja, ja. Also, halt mit seiner Mimik, ähm, was aber noch, äh, äh, einfach für, für den Konflikt zwischen Rhaenyra und Alicent, äh, einfach sehr relevant ist. Alicent schmeißt ihr dann wirklich vor versammeltem Haus an den Kopf, ja, es muss doch anstrengend sein, sich die ganze Zeit hinter Rechtschaffenheit zu verbergen. Jetzt können alle sehen, wie du wirklich bist. Das ist ja, das ist ja auch in den Trailern ein ganz, äh, äh, starker Moment, ne? Now all, äh, everybody can see how you really are, ne? Und so, das, ah, es ist so großartig gespielt. Wirklich großartig. So, komm, verlassen wir mal diesen, diesen erhitzten Kessel da und gucken uns jetzt noch zwei, äh, kleinere Szenen an, bevor wir dann auch schon zur Abreise quasi kommen. Otto und Alicent, äh, die sich nach dem, nach der Eskalation, äh, zusammenfinden. Und Alice überkommt so eine Art der Selbstreflexion, beziehungsweise sie sagt auch selber, sie hat die Fassung verloren und so weiter. Und Otto hält dann aber keine Standpauke, wie sie es vielleicht gedacht hat, oder weil sie auch schon sagt, ja, komm, sag es, sprich es aus. Sondern er bewundert sie fast, weil er sagt, sie hat zum ersten Mal die Entschlossenheit in ihr gesehen, dieses Spiel um den Thron gewinnen zu wollen. Und dann... Er ist auf beide stolz, also eben auf seine Tochter und auf, auf Amen, weil er quasi den Drachen für sie errungen hat, für die Familie. Das sagt er auch noch, genau, der ist auch stolz. Für unsere Sache, sagt er vor allem, ne? Also da merkt man, dass... Da ist aber auch wieder Otto als Soufflöse zurück, weil er sagt auch wieder genau, was, was am besten wäre, was getan wären. Das, das hatte schon was, ähm, also er sagt ihr von wegen, sie soll zum König gehen und soll dann irgendwie ihren, ihren Schmerz über, über den, den, äh, verletzten Sohn da irgendwie benutzen, um, um, äh, den irgendwie, um sich da wieder ranzuschleimen. Und, ja, also, Soufflöse, es trifft es schon, ich, 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 ich sag's ganz ehrlich, für mich hatte da schon was von Regieanweisungen. Ja. Also, das, äh, das, das war wirklich eine tolle Szene, also man, man dachte auch, er ist wirklich, Otto hält ihr, wer weiß, was war eine Standpauke von wem, du darfst dich doch nicht so offen präsentieren und dann so, ja, we play an ugly game and now I see you, you have the, uh, the, the ability to win it, ne? Ja, und, äh, übrigens, kleiner Funfact, ähm, die tauchte auch schon in der sechsten Folge auf eine der Hofdamen, die wir dann auch, glaub ich, hier nochmal sehen, ich glaub, die hat keinen Namen, äh, ich weiß jetzt leider auch nicht den Namen des Schauspielers oder der, der Darstellerin, das ist tatsächlich, soweit ich weiß, Miguel Sapochnicks Frau. Ah, ach was. Äh, in einer kleinen Rolle. Ähm, fand ich, fand ich auch eine tolle, tolle Szene hier, also, ah, ich möchte mehr von Otto sehen, das ist schon so schwer. Bei mir hat's wieder so, ach ja, Otto ist back und macht halt genau das, was er die Folgen zuvor auch schon gemacht hat, ohne das sein kann, aber er ist halt nur, dann lass den mal ruhig Spielstein sein, so viel hat er eh nix zu tun in der Folge. Wie, äh. Wie kann man denn Otto nicht mögen? Nein, Otto ist, lass mal, lass mal. Als Eifens ist klasse. Ja. Ich bin gespannt, was der noch so im Petto die nächsten folgen. Ja, immer ist er auch noch. Also, über den Weg zu trauen ist dem ja nicht. Man darf nicht vergessen, äh, Alsas hat mehr oder weniger, also, äh, Alicent hat ja mit ihrem grünen Kleid mehr oder weniger als, äh, stellvertretend für Alsas eigentlich indirekt den Krieg erklärt, ne? Also schon, ja gut, vor zehn Jahren schon, aber. Ja. Wir sehen, wie Rhaenyra geflickt wird in der nächsten Szene. Äh, und da ist dann auch endlich Leino mal wieder mit da, äh, die Kinder sind auch irgendwie mit da und daraus entwickelt sich. Kinder sehen zu, wie sie vom Meester genäht wird, ne? Äh, daraus, äh, gibt sich nochmal so ein Gespräch, wo man noch ein bisschen mehr nochmal in Leino blickt, den man in dieser Folge nicht groß gesehen hat, außer dass er am, am Strand, äh, in den Wellen stand und dass er sich wirklich Vorwürfe macht, seiner Schwester nicht geholfen zu haben oder da auch vielleicht nicht die Möglichkeit hat. gehabt hat, helfen zu können, äh, und in dem Gespräch fallen dann auch nochmal kurz die Trittsteine, äh, an denen Karl bald kämpfen wird. Genau, aber er will das nicht tun, er will, äh, er will seinen Platz an Rhaenyras Seite einnehmen und ihr ab sofort. Was letzte Folge so auf dem Tisch stand. Genau, richtig. Er will eben jetzt zu seiner Familie stehen und halt alles tun, dass das harmonisch ist oder dass die halt zusammenhalten. Ja, man merkt halt auch, dass der durch den Tod seiner Schwester ist der, ist der nachdenklich geworden, ne? Also eben das, was ich meine von wegen, äh, wenn man so mit dem Tod konfrontiert wird, dann, oder halt im, vor allem im näheren Umfeld, also die war ja wirklich seine, ich glaub, das war seine Zwillingsschwester, äh, dann, dann fängt man eben an, über, über die eigene Existenz nachzudenken und das, das passt hier sehr gut. Und ich, ich fand, ich muss sagen, ich fand die Szene auch sehr gut gespielt von ihm. Ja. Äh, ja, und es ist ja auch schon vielleicht, dass der zweite große Verlust, den er jetzt schon hatte und sein, 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 sein Ableben von Gottfried war ja auch nicht wirklich, ja, glimpflich. Gut. Ja, jetzt kommen wir mehr oder weniger zur Abreise. Äh, das ist jetzt das, wo wir tatsächlich sehen, wie verschiedene Figuren trifft Mark verlassen. Es ist auch gleich das Ende der Folge. Alicent und Viserys unter anderem, die beide in einer Kutsche zum Schiff fahren und Alicent entschuldigt sich dann eben und Viserys, der ist aber ja so, nee, nee, es ist jetzt vorbei, der will, der will gar nichts mehr, der braucht Wein zum Schlafen, aber der will nichts mehr hören. Ja, dann sieht man das, das Schiff ablegen und davon fahren die Drachen folgend dem Schiff. Da hab ich mich kurz, also, dass auch nix von Corlys oder von Rhaenys kommt wegen den Drachen, also wegen Vega, dass sie sich den einfach so nehmen lassen. Da war ich, bin ich kurz stutzig geworden, hab gedacht, hallo, das ist einer der Drachen und das ist okay. Ja, ich glaube, dass die Angst hatten, den, den, also, Viserys hat ja wirklich ein, ein, äh, übergreifendes Machtwort gesprochen in der Halle und ich glaube, dass die so ein bisschen, ich meine, der ist halt immer noch der König, ne? Ja, aber das ist auch immer noch so ein fucking Riesendrache. Ja, gut, stimmt natürlich, ja. Weiß ich nicht, also da. Es sieht halt auch geil aus, ne? Ja, es stimmt schon, aber da war ich so, hm, okay, ich hätte gedacht, vielleicht auch Corlys ist da so, vielleicht noch ein bisschen Bissen, ne? Da ist einer dahinter, zumal er ja auch, der hat ja dann gar nichts mehr damit zu tun, wäre jetzt wenigstens, wäre jetzt einer von Rhaenyras Kindern der Drachenreiter, weißt du? Dann hätte ich gedacht, okay, dann ist er ja quasi in der Familie, wenn es auch nicht ganz stimmt, aber so. Das ist aber auch etwas, was Corlys sich, als auch er ist so wirklich eingesteht, so langsam, ne? Dass sein Blut überhaupt nicht, ne, aber wie er ja sagt, wirklich auf dem Thron sitzen wird. Aber die tragen ja trotzdem Valerian als Name. Ja, ja, natürlich, aber trotzdem sind Rhaenyras Kinder nicht von seinem Blut. Ne, na klar, aber ich hätte es eher verstanden, wenn er bei denen gesagt hätte, ja gut, der Drache geht mit denen, auch wenn sie vielleicht nicht, da steht immer noch was dahinter, weil so ist es ja die Gegenseite, die er damit unterstützt. Oder nicht die Gegenseite, aber eine Seite, die, ja. Deswegen, das war so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht regt er sich noch drüber auf oder vielleicht macht er da nochmal seinen Anspruch. Ja, diese Diskussion, mit wem gehört es der Drache, ist ja dann untergegangen durch die ganze andere Diskussion. Ja, also Eamon sagt das zwar eben so gesagt, wie gesagt, ich hab viel mehr gewonnen, als ich gegeben habe, aber von Colus und Reynos kommt da zunächst. Vielleicht ja noch nächste Folge, vielleicht gibt's ja, obwohl, wenn wir vielleicht einen Zeitsprung haben, dann vielleicht nicht. Egal. So, und dann gibt's Rhaenyra und Daemon noch einmal, die fangen an, über das Feuer zu reden, einerseits als Kraft und Essenz des Hauses und andererseits kostete es beiden den Liebenden und das ist dann auch nochmal der Rückschluss zur letzten Folge, wo wir genau das gesehen, das hat auch ein lieber Kommentarschreiber bei uns bemerkt, dass diese beiden Tode ja auch, diese Parallelen haben, beide Geliebte sterben durch Feuer. Ja, vor allem ist es auch wieder ein Motiv, was man auch schon aus Game of Thrones kennt, viele Figuren sterben so, wie sie selbst getötet haben, ne? Also, im Hinblick jetzt zum Beispiel auf Lena Velaryon, die hätte ja zum Beispiel auch mit ihrem Drachen jemanden töten können und dadurch durch Feuer. Was interessant ist, hier wird halt Feuer mit Wasser oder mit Meer auf jeden Fall gegenübergestellt, ne? Ja, also sie reden ja dann über die Macht des Feuers und die Velaryons haben dann aber in Daemons Augen vielleicht verstanden, dass das Meer eigentlich der bessere Verbündete ist als das Feuer und die Rhaenyra versteht das Feuer als Gefängnis und das Meer als Ausweg. No? Hm. Hm. Es gibt dann auch noch eine ganz kurze Szene zwischen Alicent und Laris, die da dahin segeln, dann wird aber auch relativ schnell wieder zurückgeblendet zu Daemon und Rhaenyra, die dann mit ihrem Gespräch über ihre Verbindung, also über ihre Hochzeit, äh, für den Rest der Folge wie so einen Rahmen bilden. Ich muss sagen, ich fand dieses Voice-Over, äh, ziemlich klasse tatsächlich, weil, äh, also es geht ja darum, Rhaenyra will ihn in erster Linie heiraten, um dadurch ihren Thronanspruch zu stärken, dann wird halt keiner mehr was sagen und es geht ja auch darum, dass sie sich dann inspirieren lassen von ihrem Vorfahren Aegon der Eroberer, der ja, äh, seine Schwestergemahlinen hatte und das wollen sie jetzt auch. Und, äh, Rhaenyra, äh, nimmt sich dann aber eigentlich vor, dass sie, dass sie nicht als Tyrannen herrschen will und, äh, Daemon, also da merkt man auch, sie ist dann Daemon da irgendwie fast schon ein bisschen hörig geworden an der Stelle oder immer noch hörig, äh, weil er sagt dann ja, bei Herrschen tut man nur durch Schrecken und man kann gerne mit Liebe, Respekt, äh, herrschen, aber vor allem müssen deine Untergebenen und alle um dich herum, die müssen Furcht vor dir haben. Das, was er seit Folge 1 etabliert hat. Ja, aber es ist trotzdem hier nochmal, ähm, in Hinblick dann wirklich auf ihren Machtanspruch formuliert. Ja. Das, äh, so, so hat er das eigentlich vorher nie zu ihr gesagt, da hat er das ja eher so, ähm, im, im hedonistischen Sinne gemeint und hier geht es jetzt wirklich eigentlich darum zu herrschen und auch, dass sie beide gemeinsam herrschen, weil dann nämlich die Leute, äh, 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 insofern Furcht vor ihnen haben, weil sie dann nämlich sich fragen, ja, was wird als nächstes kommen, weil Rhaenyra geht davon aus, äh, also es, äh, dadurch, dass Laenor stirbt, verlieren, äh, verlieren die Velaryons ihr letztes Kind. Und das Reich, meint Rhaenyra, wird sie dann dafür verantwortlich machen und es wird dann auch über sie getuschelt werden. Eine ähnliche Angst hat ja auch Alicent, die jetzt dann auch denkt, dass, äh, äh, man nach dem wirklich Ausfall mit dem Dolch von ihr, dass man jetzt sagen wird, dass sie so langsam aber sicher den Verstand verloren hat. Na, also, dass sie nicht mehr zurechnungsfähig ist. Das rüttelt ja auch wiederum an, an ihrem Thron und, äh, 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 Damon sagt dann aber zu Rhaenyra, ja, komm, lass sie tuscheln und alle werden fürchten, weil sie sich fragen, wozu wir noch so fähig sind. Hi, das war ein Gong und hier ist Paul aus dem Schnitt. Es ist bereits nach Mitternacht und ich spreche hier nochmal in mein Mikrofon hinein, weil ich euch ganz kurz einen Blick hinter die Kulissen geben möchte. Warum? Weil das Recap ab hier ursprünglich in eine andere Richtung verlaufen ist, weil Dom und ich schlicht und einfach das Ende falsch gelesen hatten. Zum Glück war Therese diese Woche dabei und hat uns den richtigen Anstoß gegeben. Uns ist es dann auch sprichwörtlich wie Schuppen von den Augen gefallen, wer da am Ende im Schiffchen sitzt. Wir haben daraufhin nochmal nachgelesen, ich hab mir sogar im Recap selbst das Ende nochmal angeschaut, aber das ist jetzt natürlich alles rausgeschnitten. Und weil es sich nicht unbedingt organisch zusammenfügt, dachte ich mir, ich melde mich hier kurz aus dem Off, entschuldigt, wenn das jetzt auf der Zielgeraden eines Recaps zu einer wirklich herausragenden Episode etwas aus dem Nichts kommt und dadurch vielleicht ein paar Details oder so verloren gehen, das werden wir gegebenenfalls dann nächste Woche nochmal nachholen. Wir schauen die Folge immer sehr zeitnah zum Release und leider ist uns ausgerechnet das wichtigste oder eines der wichtigsten Dinge aus dieser Folge entgangen. Wer sich jetzt fragt, über was ich eigentlich spreche, ihr werdet es jetzt gleich in der richtig gestellten Fassung nochmal hören. Das war mir nur wichtig, dass ihr euch jetzt nicht wundert, falls es vielleicht thematische Brüche oder ihr vielleicht ein Detail außen vor lassen oder was auch immer. Vielen Dank an Theresia nochmal an dieser Stelle und wir setzen da wieder ein, wo Theresia den Plan nochmal für alle wiederholt und wir dann anschließend auch noch unser Fazit fällen. Okay, ich war jetzt auch nicht sicher, ist jetzt der Plan wirklich Laenor zu töten oder gibt es da noch so ein Hintertürchen? Und man sieht dann eben auch, wie, ja, weil halt eben auch Laenor durchaus, ja, von Rhaenyra gemocht wurde. Von Rhaenyra, genau. Von Rhaenyra, Entschuldigung. Es gibt aber diese Szene, die da mit Laenor und Rhaenyra, wo er ja auch so ein bisschen seine Gewissens, oder wo er sich selbst in Frage stellt oder sagt, warum bin ich so, wie ich bin? Und Rhaenyra ihm ja da tatsächlich entgegenkommt und sagt, du bist vollkommen in Ordnung, so wie du bist. Du bist ein Ehrenmann, sagt sie so. Ja, und deswegen hat mich auch so, ich bin nämlich am Ende, ich hatte tatsächlich dann die schattige Figur da nicht mehr entdeckt, deswegen hat für mich das Ende auch da nicht so richtig gepasst. Aber bitte, bitte weiter. Ja, und genau, und deswegen entsteht dann ein Plan und Damon spricht dann auch mal mit Carl und, ja, zuerst beleidigt er ihn jetzt auch wieder so, dass er niemand, keine Person von hohem Stand ist und dass er nichts hat und bezahlt ihn dann halt eben mit Gold und stellt ihm ja auch in die Aussicht, dass er irgendwo hinreist. Ja, nach Essos, nach Essos, weil dort Namen keine Rolle spielen, sondern nur Gold, genau. Genau, und, ähm, genau, und nachher sieht man eben Carl, der zu, ähm, Lenor geht in den großen Saal, ähm, von, von, von Corlys und es entspinnt ein Kampf, wobei man heute anderen so ganz verstanden hat, warum die jetzt auf einmal, äh, zu kämpfen anfangen, weil die sich ja eigentlich gern haben, weil die sich eigentlich lieben. Also was, was Damon ja fordert von Carl, er soll, ähm, er soll einen schnellen Tod inszenieren und vor allem mit möglichst Zeugen. Genau, und, ähm, dann sieht man eben auch Damon, der da dann einen Bediensteten eben umbringt und danach ist eben dieser Schnitt und man sieht halt einfach nur, wie, wie Corlys, ähm, seine Frau, die Wachen in den, in den Saal stimmen und aus dem Kamin nur noch eine Leiche rausziehen und man erkennt halt die Leiche am Gesicht nicht, weil halt alles schon ziemlich verkohlt und verbrannt ist. Mhm. Und, ähm, es hat eben den Anschein, als hätten eben Corlys und Rennes, ähm, in dieser Folge jetzt auch noch ihr zweites Kind zu betrauern. Ja. Aber in Wirklichkeit sieht man dann eben nachher noch die Szene am Strand, wo eben Carl schon in dem Boot sitzt und dann kommt eben noch eine Person mit dazu, zuerst nur mit Umhang und, ähm, als sie dann eben diese Kapuze, ähm, abnimmt, sieht man eben Lenor, zwar mit, ähm, abrasierten Haar, ähm, aber man sieht, okay, Lenor ist nicht tot, er lebt und er kann eben jetzt mit Carl wegsegeln in ein Leben ohne Zwistigkeiten und, äh, politischen, ja. Und dann ist das eine, eine echt schöne Endszene, muss man sagen. Ich muss auch sagen, es war dann wirklich wahrscheinlich zu dunkel, ich hab Lenor da nicht erkannt und, also, vielleicht liegt's auch ein bisschen an der Inszenierung, es war schon so ein bisschen, also, es wurde ja schon so erst im Wagen gelassen, was jetzt hier der Plan ist und ob, äh... Ja, es hat was, es hat was, äh, hatte ich ja, ähm, also, ich mein, das ist ja die letzte Folge von Miguel Sapocznik und die endet irgendwie auch so, 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 so beiläufig und wenn man nicht aufpasst, dann versteht man diese Szene nicht. Das stimmt, also, wie ihr sagt, es ist sehr dunkel, also, diese Strandszene ist dann sehr dunkel, also, man muss dann schon sehr genau hinschauen, um eben dann die Person zu erkennen, die dann noch in das Boot steigt. Ja, richtig, genau. Dann muss ich aber auch nochmal sagen, dann finde ich diese Abänderung, weil, äh, das hab ich mir jetzt auch noch schnell nebenbei, äh, angelesen, also, in der Buchvorlage, da findet, äh, Leanor tatsächlich seinen Tod da, ich weiß nicht in welchem Kontext, aber er stimmt auf jeden Fall. Und, äh, dass er hier jetzt diese Freiheit bekommt und so ein bisschen das, oder ein bisschen so den Traum lebt, den Kristen Kraut vor einigen Folgen Rhaenyra unterbreitet hat. Ähm, das funktioniert auch für den, für die Figur sehr viel besser und auch für das, was, was, also, wie Rhaenyra, wie die Beziehung zwischen Rhaenyra und Leanor war. Und vor allen Dingen auch, dass man hier eine, äh, eine homosexuelle Figur, wie man es ja mit, äh, Sir Gottfried gemacht hat, den man auch da, äh, Ablehmasen hat und wo es ja auch, äh, im Internet, äh, wieder Diskussionen gab, dass man sich diesen Weg, dass man den Weg hier anders geht. Und das tatsächlich so inszeniert und die beiden zumindest jetzt mit Ausgang dieser Folge, also, das ist mal ein schöner Abschluss. Durchaus, ja. Es ist, also, ja, also, man, man muss bei dieser Szene, also, danke an Theresia, äh, man muss da schon wirklich aufpassen, weil es so, es, es ist halt so, also, du hast es ja auch selber gesagt, Paul, du warst dann irgendwie über, über das andere Zeug so gefrustet, wie du ja schon meintest. Weil es so schnell geht auch. Ja, so, so, so beiläufig und dann ist die Folge einfach zu Ende. Es passiert dann eben wirklich alles sehr viel, sehr schnell und sehr viel und dann hast du ja auch noch, ähm, die, dann eben auch noch diese, diese Hochzeitsszene, die dann da auch reinspielt zwischen, zwischen Damon und zwischen Rhaenyra, ähm, ist, die, die Spanne ist sehr kurz von, ähm, mein Mann stirbt und ich heirate. Also, ich, ich bin mal gespannt, es können auch gerne welche in die Kommentare von euch schreiben da draußen, äh, die das vielleicht auch missverstanden haben wie ich, ähm, weil so wie ich es verstanden habe, hätte es ja auch irgendwo Sinn gemacht, so ist es ja nicht. Aber, ähm, also, du, dass, 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 dass quasi, äh, Lano tatsächlich, äh, ermordet wurde und dann am Ende noch wir, äh, den, den Karl davon segeln sehen und dann vielleicht noch jemanden antwortet, der den dann wiederum beiseite schafft, damit über die ganze Sache Gras wachsen kann. Genau, richtig. Und, äh, ja, das ist, es ist, es ist halt so beiläufig inszeniert in der, und, und, und halt auch so. Es geht ganz schnell und vor allen Dingen ist es, macht es halt auch der Kontrast, weißt du, du siehst am, ähm, also die ganze Folge über siehst du nur einen Tag. Ja, ja. Und dann in der letzten Sequenz siehst du, vielleicht ist es auch innerhalb eines Tages oder innerhalb zumindest, auch in einem kurzen Zeitraum, aber es passiert Schlag auf Schlag, so, dass das ganz schnell, vielleicht ist es sogar, weiß ich nicht, ein bisschen beabsichtigt, dass man das dann so auch, man hätte es ja auch noch deutlicher machen können, also man hätte ihn ja auch schon vielleicht heller ins Szene setzen können oder ihn heller aus dem Schloss raus oder eine kurze Szene zwischen ihm und Karl, wie sie sich da ins Boot setzen, aber es ist wirklich im Detail. So, ich würde euch nochmal, äh, bitten, jetzt, äh, diese Folge im Gesamten nochmal kurz einzuschätzen. Theresia. Okay, also für mich war, ähm, diese Folge eine der besten Folge der Serie oder die stärkste Folge. Auf alle Fälle. Ähm, sie hat mir sehr gut gefallen, auch durch das, was wir schon gesagt haben, dass das halt, ähm, mal so zentral an einem Ort war mit allen Personen gemeinsam, dass es so langsam erzählt worden ist im, im Laufe eines Tages und einer Nacht. Ähm, es gab wahnsinnig starke Szenen, auch teilweise einfach nur durch, durch, durch Blicke und durch Gesten, ähm, die funktioniert haben, dann natürlich dieser, dieser, dieser große Höhepunkt der Szene, als eben die, ähm, beiden Mütter, also Alicent und, und Rhaenyra aufeinander losgehen und da sich eben die Wut der ganzen letzten Jahre entlädt. Also, mir hat die Folge wirklich sehr, ähm, gut gefallen, auch mit dem Ende, ähm, ja, also einerseits ist, ähm, das Ende, ich mag das Ende, auch wenn es sehr, ähm, gehetzt dann war im Vergleich zum, zum Rest der Folge, aber wie so manche Geschichten dann eben abgerundet worden sind oder so der Aufbau gelegt, wo der Grundstein gelegt wurde für die, für die weiteren Geschichten, ähm, hat mir dennoch sehr gut gefallen. Von daher, also für mich, ähm, ich werde die Serie weiterschauen und das war für mich wirklich eine sehr herausragende Folge. Ja, ist für mich auch die stärkste Episode bisher, weil sie die Stärken der Serie in einem tollen Setting und in einem kurzen Zeitraum konzentriert und dadurch wirklich herausragende Momente kreiert. Die ersten 45 Minuten sind wirklich ein Feuerwerk an, an kleinen Momenten, an mal mehr, mal weniger subtilen Gesten und an wirklich einer stetigen Steigerung der Spannung und das eskaliert in wirklich starken, schauspielerischen Szenen und bildet diesen Mikrokosmos, beziehungsweise den aktuellen Stand der Figuren in meinen Augen sehr gut ab. Hinten raus fällt sie dann in das Schnelle oder Hastige ab. Die Ereignisse, wie zum Beispiel die Hochzeit, äh, die, die geschehen da wirklich nur in kurzen, zusammenfassenden Zügen und es ist ein spürbarer Bruch in einer Folge, die überwiegend auf eine Entschleunigung und auf eine Komprimierung und auf eine Bündelung der Geschehnisse setzt und am Ende dann doch noch irgendwie den, den Bogen zu, vielleicht auch der nächsten Folge, weiter spannen muss. Die Montage, muss ich sagen, gefällt mir jetzt im Nachhinein sehr viel besser als direkt nach der Folge, wo ich erstmal etwas überrumpelt von dem Ganzen war, ähm, aber die diversen Verstrickungen, die ergeben auch hier Sinn und ausformuliert kann man daraus auch noch sehr viel mehr ziehen, als ich es beim Ansehen zunächst auf dem Schirm hatte. Also wirklich eine Folge, von der ich mir hoffen würde, dass es sie vielleicht in der Art auch zukünftig vielleicht noch geben wird und eine Folge, die es mal schafft, mit, auch mit Atmosphäre und mit all dem, mit, wie gesagt, mit den Stärken über so Kleinigkeiten, die wir ja auch hin und wieder vielleicht angemerkt haben, wirklich sehr gut darüber hinweg fegt. Dom, wie sieht's bei dir aus? Ja, kann ich eigentlich nur, äh, euch beiden mich anschließen. Für mich ist es die bislang beste Folge, auch wenn du natürlich schon nicht Unrecht hast, dass es vor allem so im Hinblick auf das Pacing am Ende, äh, doch ein bisschen, ich kann's so formulieren, hier ist ja wirklich nur ein alleiniger Drehbuchautor verantwortlich gewesen und hätte jetzt hier ein zweiter Name gestanden, da wäre ich wirklich davon ausgegangen, dass derjenige, welcher nur irgendwie dann, äh, dafür da war, über diese Szenen rüber zu gehen und das dann irgendwie zu dieser Montage zu, zu, äh, zu komprimieren. Es musste noch die Brücke geschafft werden für die nächste Woche. Genau, ja, ja, das ist es halt, ne, dass sie irgendwie, wobei ich finde es, ich finde es nicht verkehrt, wie sie die Hochzeit hier einbinden, weil man hat jetzt auch schon wirklich einige Hochzeiten gesehen und eigentlich zeigen sie hier nur das, was, äh, wirklich relevant ist. Vor allem ist das ja auch eine Hochzeit im Geheimen, was, was willst du da großartig zeigen, ne? Ähm, ich meine, ähnlich wurde es da zum Beispiel auch inszeniert mit, mit Rob Stark, äh, in, in der zweiten Staffel. Ähm, also ich, ich finde das nicht so schlimm, es wird das gezeigt, was relevant ist. Ähm, und in dieser Montage, also es ist ja nicht so, als ob jetzt hier Sachen abgehandelt werden, die nicht miteinander zusammenhängen, sondern es baut alles eigentlich kontinuierlich und sinngemäß aufeinander auf. Es ist halt vom, vom Erzählrhythmus her, ist das halt einfach ein, ein etwas merkwürdiger Bruch. Aber nichtsdestotrotz, äh, eine starke Folge mit wahnsinnig starken Einzelszenen. Und das Spannungslevel ist da was wirklich auf, auf einem Siedepunkt gewesen, wie ich es wirklich lange nicht mehr erlebt habe. Und wie ich ehrlich gesagt jetzt auch in dieser Folge gar nicht mal unbedingt erwartet hatte. Also für mich. Nee, ich auch nicht. Für mich. Ich hätte es vielleicht früher in Folge 9 nochmal erwartet. Ja, ach, die, die kommt ja noch und die ist dann wieder von Claire Kilner. Und, äh, ja, äh, äh, Miguel Sapochnik, äh, vielleicht sehen wir uns ja wieder in, in einem Spin-off. Ich würde mich freuen. Und ansonsten, äh, hast du der Serie, wie du es immer gerne machst, äh, oder dieser Staffel locker, die, die, äh, bislang beste Folge beschert. Gut, äh, wie, wie sieht's bei euch aus, liebe ZuhörerInnen? Schreibt es uns gern in die Kommentare oder an, äh, die Mail info at tele-stammtisch.de. Wie, Gefahr, hat euch diese Folge gefallen? Seid ihr auch so? Ja, doch. Also wir sind schon begeistert. Ich glaube, so positiv sind wir selten aus einer, äh, Folge gegangen, weil dann doch immer die Kleinigkeiten überwogen haben. Hier gab's ja auch durchaus kleinere Sachen, aber diesmal sind die beinahe untergegangen unter den Stärken, zumindest aus unserer Sicht. Dann, äh, bedanke ich mich zunächst bei Theresia, dass sie, äh, bei, äh, äh, dass sie heute dabei war und uns so ein bisschen das Recap, äh, auch mit gerettet und gestaltet hat. Das mit erklärt hab. Ja. Ja, sehr gerne. Ähm, danke für die Einladung. Und, äh, danke natürlich auch an Dom, den ihr übrigens auch hören könnt, wenn ihr in die Herr-der-Ringe-Recaps hier beim Tele-Stammtisch reinhörte, da redet er auch immer mit dem Kollegen Lasse jede Woche über die Neufolge. Genau, kann man aktuell hören zu Folge 6, nicht 7, sondern erst 6, äh, die auch lustigerweise einen, äh, relativ konzentrierten Handlungsort diesmal hat, aber, äh, eine ganze Stange mehr an Action, aber gerne mal reinhören. Genau, und, äh, wenn ihr uns außerdem noch eine kleine Freude machen wollt, dann, äh, bewertet doch gern unseren Podcast hier auf dem bekannten Podcast-Portal. Man kann uns ja eigentlich überall hören, wo man Podcasts hören kann, auf iTunes, äh, oder auf Spotify. Bei Spotify, da kann man auch so bei den, äh, Sternen kann man draufklicken und da 5 Sterne geben, das freut uns ganz besonders. Und ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, als vielleicht noch einen kleinen Gast für nächste Woche anzuteasern, der bereits hier in den Recaps zu House of the Trigon schon mal dabei gewesen ist. Lasst euch da also überraschen. Und zu sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vanna Morgules. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.